Du warst nicht vorbereitet. Und so weiter und so fort. Das schauen wir uns alles jetzt hier im Video an. Zuallererst sollte aber gesagt sein, das Video richtet sich nett an euren allerersten Charakter. Das heißt, wenn ihr zum allerersten Mal WoW spielt, spielt einfach gechillt, genießt die Story, was auch immer. Und spielt euren ersten Char einfach so hoch, wie ihr das wollt. Die Guide richtet sich eher danach, wenn ihr dann euren Zweidritt Charakter und so weiter nach oben ziehen wollt und das so schnell wie möglich hinter euch bringen möchtet, dann könnt ihr natürlich die Tipps hier im Video benutzen. Das Video ist natürlich wieder anhand von Zeitstempel wunderbar unterteilt. Das heißt, ihr könnt jederzeit auf der Videoleiste, also auf der Timeline oder auch in der Videobeschreibung die einzelnen Zeitstempel anklicken, wenn euch nur gewisse Parts vom Video interessieren. Ich würde euch allerdings empfehlen, natürlich das ganze Ding anzusehen, weil natürlich gehört das alles zusammen, damit man so schnell wie möglich leveln kann. Und da sollten natürlich auch die einzelnen Parts alle erklärt werden. Ansonsten viel Spaß beim restlichen Video. Die Erbstücke wurden in WoW mittlerweile zahlreiche Male überarbeitet und gewähren keine Bonus-Erfahrung mehr, mit der ihr schneller leveln könntet. Nach wie vor sind die Erbstücke allerdings einer der wichtigsten Aspekte, um schnell in der Stufe aufsteigen zu können, gerade aus dem Grund, dass sie sich ständig mit eurem Stufenaufstieg verbessern und ihr so immer die ideale Gegenstandsstufe für euer Level erreicht, im Gegensatz zum normalen Quest- oder Dungeon-Gear, wo ihr vielleicht alle 3-6 Level mal ein Upgrade für den jeweiligen Slot erhaltet. Auf der Seite der Horde findet ihr die Erbstückhändlerin Estelle Gendry auf der Mauer überhalb des Portalraums in Orgrimmar beim Tal der Stärke. Der Zwerg-Chrom-Stackarm für alle Allianz-Spieler unter euch, der befindet sich in Eisenschmiede in der Halle der Forscher. Auch hier könnt ihr die allgemeinen Erbstücke erwerben. Was sich neben den normalen Erbstücken besonders lohnt, sind die Spielzeugkarten der einzelnen Erweiterungen. Die sind zwar recht teuer, ihr könnt damit allerdings die gesamte Karte als auch alle Flugpunkte der jeweiligen Zonen ganz einfach aufdecken bzw. freischalten. Zusätzliche Erbstücke, sprich Umhang, Kopf und Hose könnt ihr über eine Gilde erhalten, die diese freigeschalten hat. Erwerben wiederum könnt ihr sie nach Beitritt in eine solche Gilde mit einem gewissen Gildenruf und könnt sie dann in Eisenschmiede, Orgrimmar oder in den sonstigen Hauptstädten bei den Gildenhändlern kaufen. Erbstück Ringe könnt ihr ebenfalls in Viovia halten, diese müsst ihr allerdings im Spiel freischalten und sind nicht einfach so zum Kaufen da. Der erste dieser Ringe ist der Schreckenspiratenring vom Angel-Event aus dem Schlingendorntal. Dieser Angelwettbewerb startet jeden Sonntag ab 14 Uhr im Schlingendorn-Cup in den östlichen Königreichen. Dort müsst ihr an der Küste entlang in Schwärmen als auch in Drümmerhaufen die Leckerfische angeln. Die ersten 50 Spieler, die EU-weit 40 dieser Fische geangelt und in Beutebucht abgegeben haben, erhalten die Belohnung für den ersten Platz und können sich somit den Schreckenspiratenring dort abholen. Als nächstes gibt es nicht nur einen Ring, sondern gleich drei Erbstückringe auf einmal abzuholen, die jedoch jeweils einzigartig sind, sprich ihr könnt zu jeder Zeit nur maximal einen der drei Ringe anlegen. Dafür geht's ab nach Warlords of Draenor in die Garnison, welche ihr im Frostfeueragrad für die Horde oder Schattenmontal für die Allianz freischalten könnt. Die müsst ihr dann über Gold- als auch Garnisons-Ressourcen, die ihr in ganz Draenor erhaltet, auf Stufe 3 aufwerten. Habt ihr das gemacht, erhaltet ihr von Volchin oder Varian, je nachdem ob Horde oder Allianz, im Haupthaus der Garnison eine Quest, welche es nach Gorgron schickt, womit ihr die Werft freischalten könnt. Diese Questreihe folgt ihr, bis ihr den Außenbossen im Tanan-Dschungel freigespielt habt. In eurer eigenen Werft innerhalb der Garnison könnt ihr nun einige Intro-Quests abschließen. Im Laufe davon erhaltet ihr eine Quest, wofür ihr eine gewisse Anzahl an Missionen innerhalb des Missionstisch an der Werft abschließen müsst. Habt ihr das abgeschlossen, kriegt ihr erneut eine, wo ihr nochmal ein paar abschließen müsst, müsst danach ein bisschen Gold bezahlen und könnt eure Werft somit auf Stufe 2 bzw. Stufe 3 über diese Quests aufwerten. Dann geht es als nächstes ab in den Tanan-Dschungel, welchen ihr ja freigeschalten habt, wo ihr einen Rare-NPC namens Captain Eisenbart finden könnt, welcher euch das Rezept für das geisterhafte Fernrohr fallen lässt. Habt ihr dies erbeutet und erlernt, könnt ihr in Zukunft in eurer Werft gegen 1000 Garnisons-Ressourcen jeweils ein Fernrohr erwerben, mit dem ihr zu jeder Zeit mindestens ein Schiff ausrüsten müsst, um überhaupt eine Chance zu haben, dass die Mission für die Erbstückringe auftauchen kann. Ab diesem Punkt bleibt euch nichts weiter übrig, als jeden Tag bei den Missionen der Werft reinzuschauen und zu hoffen, dass einer der Ringe dort abzuholen ist. Jedoch Achtung, der Fehlschlag so einer Mission kann dazu führen, dass die Quest für ein bis zwei Wochen nicht mehr auftaucht, also stellt sicher, dass ihr 100% erreicht für den Abschluss dieser Mission. Es gibt mehrere Wege, um an Gegenstände oder Buffs in WoW zu gelangen, welche eure erhaltene Erfahrung erhöhen. Der wichtigste hierbei ist ein Fläschchen aus Battle for Azeroth, welches euch beim Benutzen 10% mehr erhaltene Erfahrung gewährt, als auch den Premierwert minimal für eine Stunde lang erhöht. Für dieses Fläschchen müsst ihr in BFA zumindest einmal das Intro gespielt haben, welches in Orgrimma oder Sturmwind startet und euch nach Daza Alor für die Horde bzw. Buralus für die Allianz bringt. Habt ihr das gemacht, findet ihr Versorgerin Mukra am Hafen von Daza Alor für die Seite der Horde oder aber auch Versorgerin Starkschmid am Hafen von Buralus für die Seite der Allianz. Die Währung, um diese Fläschchen kaufen zu können, die Dienstmedaillen, erhaltet ihr über Inversionen innerhalb von BFA, die alle paar Stunden zur Verfügung stehen oder über die Kriegsfronten-Szenarios, wenn eure Fraktion sich gerade im Angriff befindet oder eure Fraktion besitzt gerade die Kriegsfront, dann könnt ihr euch mit einem Portal am Hafen jeweils hin teleportieren, könnt dort Weltquests abschließen und erhaltet ebenfalls Dienstmedaillen. Ab Stufe 20 steht es euch frei, innerhalb von Orgrimma oder Sturmwind den sogenannten Kriegsmodus zu aktivieren. Dieser erhöht eure erhaltene Erfahrung um mindestens 10% bis maximal 25%. Wie hoch dieser Buff ausfällt, ändert sich von Woche zu Woche, je nachdem welche Fraktion gerade mehr Dominanz im Welt-BVP hat. Spoiler, es ist meistens Horde. Dann haltet die Allianz zum Beispiel in dem Fall einen höheren Erfahrungs-Buff dafür. Aber der Kriegsmodus hat natürlich einen Nachteil, ihr seid ja somit für den Spieler-gegen-Spielerkampf markiert, das heißt die andere Fraktion bzw. auch höherstufige Charaktere können euch jederzeit angreifen. Das allerdings spielt eine nicht allzu große Rolle im Stufe 20 bis 60er Bereich, da ihr euch dort in der Chromie-Time befinden werdet und das ist eine eigene instanzierte Zone, in der sich Spieler der Maximalstufe gar nicht erst aufhalten können. Das einzige Problem mit dem Kriegsmodus ist eigentlich von Stufe 60 bis 70, denn dort seid ihr jederzeit freiwillig für jeden, der gerade Bock hat. Auch Welt-Events gibt es zahlreiche in WoW, welche anhand von kurzzeitigen Buffs meist eine Stunde eure erhaltene Erfahrung erhöhen. Das bekannteste und auch zuverlässigste Event hierbei ist der Dunkelmond-Jahrmarkt. Dieser findet jeden ersten Sonntag eines neuen Monats eine Woche lang statt. Hier könnt ihr euch im Rollercoaster oder auch im Karussell für eine Stunde einen Buff abholen, welcher eure erhaltene Erfahrung um 10% erhöht. Aber Achtung, dieser Buff geht verloren, solltet ihr sterben. Alternativ könnt ihr euch für jeweils 10 Marken am Dunkelmond-Jahrmarkt einen Zylinder kaufen, welcher ebenfalls eure Erfahrung um 10% erhöht, das heißt den könntet ihr alternativ mitnehmen, wenn der Karussell-Buff gerade am Auslaufen ist oder ihr gerade unlucky draufgegangen seid. Auch andere Events, wie zum Beispiel das Sonnen-Vent-Fest oder auch das Brau-Fest besitzen ebenfalls solche Buffs. Wann diese allerdings stattfinden, müsst ihr selbstständig über den Kalender überprüfen. Mit Glück ist ja gerade das ein oder andere Event aktiv, wenn ihr leveln möchtet. Einer der Hauptgründe, warum Erbstücke neben der aktiven Level-Skalierung einfach so stark und effizient beim Leveln sind, stellen nach wie vor die Verzauberungen dar, die ihr auf die Erbstücke verzaubern könnt. Es gibt unzählige Verzauberungen, die man auf die Erbstücke anwenden könnte, wenn man wirklich exzessiv Speed-Leveling wie in meinem Fall meistens betreiben möchte. Für euch gehe ich hier aber auf nur die wirklich wichtigsten Verzauberungen ein, die ihr euch auf jeden Fall besorgen solltet. Um manche dieser Verzauberungen überhaupt auf eure Erbstücke anwenden zu können, benötigt ihr ab und zu Charaktere auf einem gewissen Level, da man zum Beispiel manche Verzauberungen nicht mehr benutzen kann, sofern euer Charakter eine zu hohe Stufe erreicht hat. Dies könnt ihr ganz einfach umgehen, wenn ihr zum Beispiel einen Charakter auf Stufe 20 gerade habt, dann könnt ihr einfach mit dem die Verzauberung dort anwenden. Es gibt zwei Verzauberungen, die ihr auf jeden Fall haben solltet. Die erste hierbei könnt ihr auf alle Waffen außer Schusswaffen verzaubern und trägt den Namen Elementarkraft. Das ist ein zufälliger Schadensbrock, der gerade im Level 1 bis 50er Bereich teilweise selbstständigen Gegner zerstören kann. Als Jäger hingegen gibt es nicht ganz so starke Verzauberungen für die Schusswaffen, der einzige Nennenswerte wäre in dem Fall Brandmunition aus Battle for Azeroth. Die zweite Verzauberung könnt ihr auf den Hals anwenden und trägt den Namen Mal des verborgenen Satires. Auch dieser ist ein zufälliger Schadensbrock, der für sehr viel Bonusschaden sorgen kann. Das sind eigentlich schon die wichtigsten Verzauberungen, die ihr unbedingt haben solltet zum Leveln eurer Charaktere. Wie gesagt, das Ganze kann man noch weiterführen mit Brust, Schulter, Hosen, Ring, Enchants und so weiter. Das würde ich euch persönlich jetzt aber weniger empfehlen. Die verzauberten Erbstücke könnt ihr über die Post-In-Game ganz einfach serverweit auf all eure Charaktere verschicken, also stellt sicher, dass ihr die Erbstücke nicht unbedingt löscht, welche ihr verzaubert habt. Wichtige bzw. hilfreiche Addons, die ihr beim Leveln benutzen solltet, schauen wir uns jetzt einmal an. Das erste, das ich euch empfehlen kann, ist Azeroth Pilot Reloaded. Die alte Version, Azeroth Autopilot, wurde eingestellt, das wurde übernommen und heißt jetzt Azeroth Pilot Reloaded. Dieses Addon besitzt mehrere Optionen, unter anderem könnt ihr damit Quests automatisch annehmen als auch abgeben. Es überspringt für euch Cutscenes als auch Textoptionen für gewisse Quests. Von den Questrouten allerdings, die euch in diesem Addon empfohlen werden, bin ich kein allzu großer Fan. Hier schauen wir uns im späteren Verlauf des Videos meine Empfehlungen an. Das zweite Must-Have Addon sind eigentlich gleich zwei Stück zusammen. Und zwar ist das einmal Handy Notes als auch Silver Dragon. Diese zwei Addons zeigen euch Rare NPCs bei uns auf der Karte an, die gerade im niedrigstufigen Bereich sehr wichtig sind, da diese NPCs euch sehr viel Erfahrung gewähren, wenn ihr sie erledigt. Damit fangen wir mit dem eigentlichen Levelweg an, den ich hier in drei Parts unterteile bzw. ein paar extra Erklärungen noch mit ausführe. Als erstes haben wir Stufe 1 bis 10. Hierbei könnt ihr während der Erstellung eures Charakters auswählen, ob ihr in das Startgebiet eurer jeweiligen Rasse oder aber auf die Insel der Verbanden möchtet. Ich würde euch empfehlen, die Insel der Verbanden auszuwählen, einfach aus dem Grund, weil ihr hier garantiert Stufe 10 erreicht und sie minimal schneller ausfällt als die alten Startzonen-Varianten. Nach Abschluss der Insel der Verbanden oder nach dem Erstellen eines verbündeten Volkes landet ihr in Sturmwind bzw. Orgrimma, wo ihr euch in einem der Gasthäuser nahe des Reitlehrers euren Ruhestein setzen solltet, um im Anschluss als auf Stufe 20, 30 und Stufe 40 euren Reit- bzw. Flugskill schnellstmöglich erlernen könnt. Mit gesetzten Ruhestein und erlerntem Reitskill auf Stufe 10 begebt ihr euch in Sturmwind bzw. Orgrimma zu auf der Karte eingezeichneten Sanduhr. Hier könnt ihr die sogenannte Chromie-Zeit aktivieren, welche euch die Startquests für die jeweilige Erweiterung gewährt, als auch alle Zonen, unabhängig davon, welche Chromie-Zeit ihr aktiviert habt, auf eure Stufe skaliert und es euch ermöglicht, dort von Stufe 10 bis 60 in eurer Lieblingserweiterung zu verbringen. Noch ein Vorteil der Chromie-Zeit ist es, dass ihr euch dort in einem eigenen Phasing befindet, sprich in einer eigenen instanzierten Zone, wo ihr nur andere Spieler sehen könnt, die sich ebenfalls gerade in der Chromie-Zeit dort aufhalten. Dies ist nicht möglich mit einem Charakter der Maximalstufe, was euch gerade im Kriegsmodus dabei hilft, dass ihr dort nicht permanent von der anderen Fraktion erledigt werdet. Und noch dazu den Vorteil hat, dass ihr gerade in den alten Kataklysengebieten sehr oft auf Rare-NPCs stoßen könnt, die euch Bonus-Erfahrung gewähren. Stufe 10 bis 60 schauen wir uns als erstes die Allianz-Route an. Die Horden-Route könnt ihr einfach mit dem Zeitstempel direkt auch dort hinspringen. Für Allianz beginnt das Ganze logischerweise in Sturmwind, wo wir jetzt alles abgeschlossen haben, was vorher erwähnt wurde. Also nochmal die kurze Zusammenfassung. Wir haben die Erbstücke an. Das heißt, wir haben die Erbstücke in dem Fall zum Beispiel auch verzaubert, hier mit Elementarkraft, als auch mal des verborgenen Satires. Die Tränke sind im Inventar, Destillat der 10 Länder. Und wir haben den Ruhestein einmal hier in der Nähe der Altstadt gesetzt, und zwar hier drüben, damit wir so schnell es geht zum Reitlehrer können. Alternativ könnte man auch hier den Ruhestein setzen, denn beim Flugmeister wäre ebenfalls ein Reitlehrer. Ansonsten sind wir natürlich hier nach wie vor bei Chromie. Und bei Chromie stellt sich jetzt die Frage, welche Zeitlinie sollen wir hier aktivieren? Wie vorher schon gesagt, das macht nicht wirklich einen großen Unterschied, denn egal welche Zeitlinie aktiviert, die Skalierung für die Zonen übernimmt es automatisch für alle. Wenn wir also jetzt hier auf die Karte schauen, sehen wir zum Beispiel jetzt gerade ohne Chromie-Time, östliche Pestländer ist von Stufe 15 bis 30. In meinem Fall fangen wir hier an mit Drenor. Das heißt, Drenor-Intro ist das Erste, was wir hier machen. Klicken also hier Eiserne Horde einmal an, wählen das Ganze aus, damit befinden wir uns in der Chromie-Time und sehen rechts hier die Intro-Quest für das gute dunkle Portal. Wenn wir jetzt nochmal auf die Karte schauen und auf die Gebiete fahren, sehen wir schon, auch wenn wir Drenor ausgewählt haben, östliche Königreiche skalieren nun automatisch von 15 bis 60. Das heißt, hier könnten wir weiterleveln. Aber jetzt zurück zur Level-Route und zwar Punkt Nummer 1, wir gehen das Drenor-Intro an. Das heißt, wir folgen hier erstmal der Quest. Praktischerweise kann man im Magierturm in Sturmwind mit einem NPC reden und dieser NPC teleportiert euch in die verwüsteten Lande und braucht dann nur hier rüber reiten. Hier braucht er einfach nur ganz normal dem Szenario folgen, denn hier kann man nicht wirklich viel falsch machen, die Quests sind sehr linear gehalten und man spielt einmal das ganze Szenario zu Ende. Nachdem ihr das Drenor-Intro abgeschlossen habt, kommt ihr im Schatten-Montal raus, wo ihr dann einfach Prophet Wellen folgt, um eure eigene Garnison aufzubauen. Den Questreihen innerhalb eurer Garnison könnt ihr nach wie vor weiter folgen, unter anderem, dass ihr die Schiffsbrüchigen killt, wenn ihr auch runtergesprungen seid, zum Beispiel am Anfang, könnt ihr auch dann mit dem Garnisons-Ruhestein, den ihr ja bereits erhalten habt, ganz einfach wieder nach oben reisen. Ansonsten einfach weiterhin der Questreihe hier folgen. Sobald ihr die zwei Quests haltet, einmal für Kiana Mondschatten, als auch trefft uns beim Außenbosten Sternenfall, machen wir hier weiter und zwar beim Außenbosten Sternenfall, denn hier können wir ganz einfach die Quest abgeben und folgen dann hier einfach dieser Questreihe. Nehmen natürlich auch von Delas Mondfang ebenfalls die Quest an und werden den Quests jetzt weiterhin folgen. Kiana Mondschatten könnt ihr alternativ auch befreien und können sie im späteren Verlauf ganz einfach in eure Garnison wieder abgeben. Nachdem ihr in Gul war, die finale Quest, wie man einen Schatten fängt, abgeschlossen hat, nicht direkt wieder zurück in die Garnison, sondern einmal rechts herum und zwar hier zum Bonusziel Blutdornhöhle. Dort findet ihr vorne draußen eine Quest, die uns einmal hier auf die Seite hochschickt, als auch in der Höhle selbst eine Quest und das Bonusziel schließen wir ebenfalls ab. Nach Abschluss des Bonusziels könnt ihr ganz einfach wieder mit dem Garnisonsruhestein einmal zurück und dann könnt ihr hier auch noch die Quest mit der guten Kiana abgeben, denn da habt ihr einfach nur so ein kleines Intro, wie ihr die Missionen startet und kriegt ebenfalls ganz gut EP. Also auch die anderen Quests, die wir noch abgeschlossen haben, geben wir jetzt allesamt in der Garnison einmal ab. Und in der Garnison alles abgegeben, reitet ihr einmal den Weg entlang weiter, denn wir müssen ja eh hier rüber zu Embari. Man könnte alternativ fliegen, aber wenn ihr wie in meinem Fall ein paar EP noch vermisst auf Stufe 20, dann findet ihr hier auf dem Weg nochmal eine Karte und könnt hier gesucht Kurats Hauer annehmen. Solltet ihr Probleme haben bei den zwei Elite-Quests, ihr habt jederzeit hier oben einen Buff und zwar ruft zu den Waffen, der beschwört euch zusätzliche NPCs, die euch dabei helfen können. In Embari geben wir unsere finalen zwei Quests ab. Es kann sein, dass ihr nach der ersten schon Stufe 20 seid oder aber auch erst hier nach der zweiten, die wir halt als Sicherheit noch mitnehmen. Habt ihr das gemacht, dann geht es wieder zurück mit dem Ruhestein nach Sturmwind. In Sturmwind angekommen, erledigen wir gleich drei Dinge. Nummer 1, den Kriegsmodus aktivieren. Gleich auch hier ein Talent eurer Wahl auswählen, das vielleicht euren Schaden oder eure Mobility erhöhen kann in irgendeiner Art und Weise. Und im Anschluss wollen wir auch noch eine Karte aktivieren. Und zwar geht ihr auf Sammlungen, Spielzeuge, gebt hier Karte ein und dann wollen wir hier einmal Kalimdor als auch die östlichen Königreiche im Falle der Allianz. Was wir uns natürlich auch noch abholen, das ist jetzt unser Reitskill und zwar können wir auf Level 20 das geübte Reiten erlernen und sind somit gleich mit 100% am Boden unterwegs. Jetzt geht es einmal zum Flugmeister und vom Flugmeister aus fliegen wir im Wald von Elvin zum Holzfällerlager des Osttals. Vom Holzfällerlager aus reitet ihr weiter in das Rotkammgebirge. Das Rotkammgebirge befindet sich direkt daneben. Dort habt ihr bei Dreiecken einmal einen Turm, der euch zahlreiche Quests gibt, als auch bei Seenhain, wo ihr im Anschluss, nachdem ihr den Turm hier beendet habt, weiterreist. Ihr könnt anschließend das komplette Gebiet hier einmal beenden, denn das ist von der XP-Dichte her wirklich sehr, sehr hoch und auch noch ebenfalls solltet ihr jederzeit darauf Acht geben, ob ihr jetzt irgendwo innerhalb des Gebietes, vor allem an Quest-Spots, wo ihr gerade hin müsst, zum Beispiel das Gnolllager hier, können jederzeit Kisten rumstehen. Diese Kisten haben verschiedene Aussehensmodelle, also kann eine Dunkle-Eisen-Zwerge-Kisten sein, wenn Dunkle-Eisen-Zwerge sind oder auch eine silbrige Schadstruhe oder was auch immer. Solltet ihr so eine Kiste finden, unbedingt immer plündern, denn diese Kisten gewähren mehr XP, als euch jegliche Quests hier gewähren. Circa um 5-10% mehr als eine Quest. Und da ihr euch jetzt in den Kataklysm-Gebieten befindet, helfen euch natürlich die Addons Handynotes als auch Silver Dragon, denn diese zeigen euch hier zahlreiche Rare-NPCs an und die, genau wie die Schatzkisten, solltet ihr unbedingt immer erledigen. Wir sehen zum Beispiel gerade, hier befinden sich gleich zwei Rare-NPCs nebeneinander und das Erledigen eines solchen Rare-NPCs gewährt euch eine große Menge Erfahrung, meist nicht ganz so viel wie eine Quest, aber die befinden sich so gut wie immer innerhalb eines der Quest-Hubs, wo ihr sowieso gerade hin müsst. Wenn ihr Messner, Jorgensen und Co. hier befreit, stellt immer sicher, dass ihr ganz kurz abmountet und ein bisschen zu Fuß lauft, denn sonst kann es ab und zu sein, dass deren Quests gar nicht erst aufploppen und ihr wollt die auf jeden Fall mitmachen. Hier zum Beispiel sehen wir das erste Mal eine Schatzkiste. Die steht hier einfach nämlich immer rum. Stabile Schatzkiste. Kann man dann einfach plündern und wenn man sie plündert, sieht man schon, man kriegt massiv Erfahrung dafür. Da kann man auch noch ein bisschen mehr rausholen, denn wenn man gerade erholt ist, das heißt 200% Erholungsbonus hat, der gilt normalerweise für alle Schätze als auch NPC-Kills. Nachdem ihr Rotkamm-Gebirge beendet habt, kriegt ihr normalerweise hier Quests im Rotkamm-Gebirge. Dadurch erkennt ihr, dass ihr das ganze Quest-Gebiet hier abgeschlossen habt. Dann könnt ihr ganz einfach zum anderen Ende der Brücke gehen und wir fliegen als nächstes in den Dämmerwald und zwar hier nach Dunkelhain. Und auch im Dämmerwald könnt ihr erstmal wieder alles annehmen, denn jetzt ist unser Ziel erstmal Level 30 zu erreichen, dann wieder Ruhestein nach Sturmwind, um den Flug-Skill zu erlernen. Mit dem Level Up auf Stufe 30 können wir uns dann jetzt einfach wegteleportieren und zwar wieder zurück nach Sturmwind. Jetzt lernen wir beim Flugmeister natürlich hier direkt den Skill, dass wir fliegen können auf Level 30. Damit haben wir nämlich 150% fliegen. Wenn wir das geholt haben, dann geht es wieder zurück in den Dämmerwald, denn in Dunkelhain können wir natürlich nach wie vor weiterquesten. Gerade da wird es jetzt sehr effektiv, denn durch Fliegen können wir natürlich sehr viel von der Umgebung skippen und fast alle Questgebiete in Kataklysum sind darauf ausgelegt, dass man nicht fliegen kann. Deswegen ist man da um so viel schneller. Auch hier zum Beispiel, während wir gerade im Dämmerwald unterwegs sind, kann man natürlich nach wie vor überall Kisten finden. Wie gesagt, immer in Kataklysumgebieten muss man nur ein bisschen die Augen aufmachen, denn die lohnen sich, wie vorher schon gesagt, immer sehr, sehr stark. Zum größten Teil, wenn ihr in Rabenfluch angekommen seid, folgt ihr natürlich auch noch hier den letzten paar Aufträgen. Weiter hier oben ist ein verlassenes Grab, wo man eine Quest annehmen könnte. Diese schickt euch hier rüber, nennt sich das verwitterte Grab. Würde ich nicht unbedingt folgen. Gibt am Ende natürlich auch noch Bonus-Exp, aber man muss hier die ganze Zeit zwischen den zwei Basen hin und her fliegen und das lohnt sich dann nicht ganz. In meinem Fall bin ich hier jetzt mit Level 36 ausgestiegen. Jetzt geht es weiter, und zwar das nächste Gebiet, in das wir uns begeben wollen. Das ist Loch Modan. Das ist nebenbei erwähnt auch das schnellste Gebiet, was es in Game gibt zum Leveln, denn es hat die höchste Quest-Dichte überhaupt in der ganzen, ja, in ganz World of Warcraft. Deswegen sollte man das generell eigentlich, zumindest auf Seite der Allianz, immer einbauen. Für Horde gibt es in dem Fall dort leider keinerlei Quests. In Loch Modan angekommen, solltet ihr erstmal in Telsamar alle Aufträge annehmen. Das heißt, das ist hier diese kleine Hauptstadt, die es hier gibt. Dann fliegen wir zurück zum Tal der Könige, denn hier haben wir so einen kleinen Bunker. Dort gibt es ebenfalls noch was für uns. Und dann folgen wir einfach der kompletten Kambani hier einmal durchs Gebiet. Ist alles sehr linear gehalten, man kann nicht wirklich viel falsch machen. Und was es hier noch gibt, das sind mehr oder weniger versteckte Aufträge, die ihr annehmen könnt. Dazu müsst ihr entweder wissen, wo sie sind auswendig, oder alternativ kann man die dann auch einfach, ja, sich mit Addons wie All The Things oder anderem anzeigen lassen, oder anderen Quest-Addons, die es gibt. Ich versuche euch hier das ein oder andere zu zeigen. Damit ihr da, wenn er vorbeikommt, immer die Quest gleich dafür annimmt. Das Einfachste, was ich euch erklären kann dazu, ist, normalerweise kommt man bis auf eine der Rollen an jeder vorbei, wenn man der Main Story folgt. Das heißt, sie sollten eigentlich nebenbei immer mit einzusammeln sein. Die braucht ihr auch nicht direkt abgeben, sondern könnt allesamt sammeln und erst zum Ende hin dann alle abgeben. Die erste Rolle, die ihr finden könnt, die befindet sich hier am Steg. Da geht ihr diesen kleinen Weg runter und ganz am Steg unten liegt hier gestohlenes Dokument der Forscherleger. Die sammeln wir natürlich gleich ein. Da sehen wir schon, das ist eigentlich Nummer 2 von 6, aber spielt keine Rolle. Erstmal mitnehmen. Nummer 2 kann man eigentlich gar nicht übersehen, denn ihr müsst ja so oder so gesucht der Spion der dunkleisten Zwerge machen und innerhalb seiner Höhle, da ist gleich Rolle Nummer 2. Und wenn es dann soweit ist, dass ihr Stufe 40 erreicht, dann natürlich gleich wieder mit dem Ruhestein zurück, nachdem ihr die letzten paar Quests gerade noch abgeschlossen habt. Das heißt, schauen, dass es so schnell es geht, zurück nach Sturmwind geht, um das Reiten zu erlernen. Sehen wir schon, zurück in Sturmwind, Level 40 gerade und ganz, ganz fix hier das Fliegen erlernen, das Schnellere, denn das macht das Ganze natürlich nochmal bei Weitem angenehmer. Und ja, jetzt geht es wieder zurück nach Loch Mudan, damit wir wieder weiter machen können bei den Aufträgen oder Quests, wo wir halt gerade stehen geblieben sind. Wenn ihr gerade dabei wart, von Hulda die Fracht zu beschützen, dann seht ihr hier die einzige, oder das einzige Pergament, das man nicht einfach so nebenbei holt, denn man könnte hier extra rechts einmal dem Weg folgen. Das ist hier unten, wo auch Schander die Weberin ist als Rare, sollte nämlich auch immer drinnen sein und dann kann man nämlich hier auch noch Nummer 3 einmal mitnehmen. Und während ihr hier die Drocks verprügelt, findet ihr innerhalb der Ruinen auch gleich Schriftrolle Nummer 4. Und während ihr hier Füchse erledigt und ein paar Samen einsammelt, könnt ihr hier gleich neben der Festung Morgrosch die Schriftrolle Nummer 5 finden. Die liegt hier neben so einem kleinen Totenschädel, ja, Statue, sowas in der Art. Und die letzte Schriftrolle, die uns jetzt noch fehlt, die könnt ihr einsammeln, während ihr die Sumpfwespen und Eber hier erschlagt, denn die befinden sich hier gleich neben dem restlichen See, der hier noch da ist und da zwischen ein paar Bäumchen könnt ihr sie dann rausplündern. Und wenn wir dann all diese Pergamente abgeben gehen, ich mach das immer ganz am Ende, dann sehen wir schon, wie uns das hier nach oben reißt, einfach mit dem Level, weil die Dinger so derart viel Erfahrung geben und daran erkennen die auch relativ fix, warum dieses Gebiet einfach so wertvoll ist. Wir haben hier gerade zwei Level fast damit gemacht und ja, wir haben zusätzlich noch die höchste Rare oder eine der höchsten Rare-Dichten neben Silberwald. Der Quest-Aufbau ist extrem nice und zum Ende hin, wenn man mit dem Gnom drüber spricht, der einen rüberfliegt, kann man direkt wieder absteigen und dann einfach mit dem 300% Fliegen rüberfliegen ist man noch ein bisschen fixer. Und jetzt geht's weiter in das nächste Gebiet und zwar ist das nächste, was wir machen, das gute alte Sumpfland-Gebiet. Denn, ihr folgt einfach hier wieder der Quest-Reihe, die Winde von Loch Mudan, die schickt euch hier einmal durch die Tunnel durch, da könnt ihr ebenfalls alles abschließen, kommt dann unten raus bei Vlies-Meißels-Messstation, folgt der Quest-Reihe, dann werdet ihr ganz nach unten geschickt zum Hafen von Minethil und auch hier könnt ihr wieder das komplette Quest-Gebiet einmal beenden. Das ist ebenfalls wieder sehr linear gehalten, sehr hohe Rare-Dichte und auch dort könnt ihr natürlich nach wie vor Kisten finden. Und lasst euch im Sumpfland nicht verwirren, denn es kann sein, dass irgendwo mittendrin dann auf einmal die Quests aufhören im Hafen von Minethil. Da müsst ihr entweder ein Stück weiter nach vorne laufen, dann sieht man sich auf der Minimap schon aufploppen von Hauptmann-Stark-Faust wird es weitergehen oder alternativ sieht man hier oben dann bei Schnellschalt-Station die nächsten Quest rein, das heißt, dort müsst ihr als nächstes hin, damit es weitergeht. Nur damit ihr euch nicht verloren fühlt, weil ab und zu ploppt nämlich die Quest hier nicht direkt auf und dann kann es sein, dass ihr nicht wisst, dass es da oben eigentlich weitergehen wird. Und an der Brücke habt ihr dann eure finale Quest, wo ihr dann natürlich auch wieder den Erfolg kriegt. Daran könnt ihr sicherstellen, dass ihr hier wirklich alles abgeschlossen habt. Ansonsten habt ihr jetzt mit meiner Route von hier aus einfach zwei Möglichkeiten an Questgebiete und zwar entweder geht ihr hier einfach direkt weiter und geht ins Hinterland, das würde ich euch näherlegen, weil ihr braucht einfach nur ganz fix rüberfliegen. Da ist nämlich der Questflow auch sehr, sehr nice gemacht. Ansonsten wäre eine Alternative zurück teleportieren nach Sturmwind und innerhalb von Sturmwind da habt ihr hier oben bei den Portalen einmal das Portal in den Hial und der Hial ist natürlich dann hier drüben und dort könnt ihr da ebenfalls einfach der Questreihe folgen. Hial ist eher auch sehr, sehr effektiv, allerdings ist das Problem, dass ihr dort immer wieder Spieler sehen könntet, die euch natürlich auch angreifen können, gerade im Kriegsmodus ein bisschen problematischer. Wenn ihr das vermeiden möchtet, dann würde ich euch eher das Hinterland empfehlen. Der Posten im Hinterland, zu dem ihr euch begeben solltet, das sind die Nistgipfel und zwar ganz links hier auf der Seite und da wollen wir natürlich einmal direkt ganz oben rein, denn da startet das Ganze und dann könnt ihr hier einfach wieder den ganzen Quests folgen. Im Alternativfall könnt ihr auch hier das komplette Questgebiet beenden, denn auch das hier gibt verdammt viel XP pro Stunde. Und wenn ihr Level 60 erreicht, dann werdet ihr hier automatisch aus der Zeitwanderungskampagne raus teleportiert nach 60 Sekunden. Ihr kriegt allerdings mit Level 59 bereits eine Quest, womit ihr euch auch ausporten könntet. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, Stufe 60 noch hier in den alten Gebieten fertig zu machen, bevor ihr dann euch in die Dracheninseln begebt. Im Falle von diesem Charakter, den ich jetzt extra für euch auf Seite der Allianz gelevelt habe, haben wir 6 Stunden und 3 Minuten gebraucht von Stufe 10 bis Stufe 60. Mein schnellster Versuch bisher lag bei 4 Stunden und 45 Minuten mit derselben Route, wobei man sagen muss, da hatten wir sogar das Nachtelfen-Startgebiet mit dabei. Das heißt, dort hatten wir auch Level 1 bis 10 mit dabei. Man kann das nämlich natürlich auch bei Weitem schneller gestalten, indem man Kleinigkeiten mitnehmt, wie Goblin, Gleiter und Co., die euch natürlich gerade am Anfang, wenn ihr noch nicht fliegen könnt, die Reisezeiten extrem ersparen. Natürlich, wenn ich das jetzt nicht hier vertonen muss, wo ich mich immer 500 Mal verrede, ist natürlich auch ein bisschen downtime dabei, aber im Schnitt könnt ihr auch sagen, für die meisten wird es irgendwo in 5 bis 7 Stunden Radius sein, wo ihr einen Charakter von Stufe 10 bis 60 bringen werdet. Hier schauen wir uns jetzt den Levelweg von Stufe 10 bis 60 auf Seite der Horde an. Für Seite der Allianz haben wir das Ganze ja schon angesehen, das könnt ihr jederzeit im Video sonst auf den jeweiligen Zeitstempel drücken. Auf Seite der Horde starten wir auch hier mit Level 10, entweder kommt ihr gerade frisch von der Insel oder ihr habt einen Allied-Race erstellt, dann seid ihr natürlich mit Level 10 ebenfalls gleich mal in Orgrimma. Auch hier wollt ihr als allererstes zu Chromie, denn bei Chromie können wir ja wieder die Chromie-Zeit aktivieren. Die ist uns gestartet, dass wir von Level 10 bis 60 dort leveln können, wo wir das am ehesten möchten. Denn auch hier wird ihr sehen Stufe 30 bis 35. Wenn wir jetzt aber hier eine Chromie-Zeit aktivieren, dann skaliert das natürlich bis Level 60. Die Chromie-Zeit, die wir hier wieder aktivieren, das ist ebenfalls die Eiserne Horde, das heißt Warlords of Draenor. Es spielt keine Rolle, welche Chromie-Zeit ihr auswählt. Es wird prinzipiell immer jedes Gebiet dann bis Stufe 60 skaliert. Warum wir Warlords of Draenor annehmen? Das hat den einfachen Grund, weil wir gleich mal das VOD-Intro spielen wollen, um so schnell wie möglich auf Stufe 20 zu kommen, damit wir gleich mal das normale Reiten bzw. das epische Reiten besitzen, um ein wenig fixer unterwegs zu sein. Von Level 10 bis Level 20 ist es nämlich deswegen sehr, sehr empfehlenswert, das Warlords of Draenor-Intro zu machen, weil man dort so oder so zu Fuß unterwegs ist, was man auch meist in den Startgebieten zum Beispiel von Kataklysm auch noch wäre. Aber der Quest-Aufbau ist sehr linear und man kann immer garantieren, dass man eine gewisse Stufe dort drinnen erreicht, ohne dass man jetzt irgendwas Extriges mehr oder weniger anfangen muss. Was ihr sonst noch machen solltet, bevor ihr jetzt das Draenor-Intro startet, ist natürlich wieder einen Ruhestein zu setzen. Und zwar wollen wir wieder einen Ruhestein in Orgrimma und zwar das, so nah wie es geht, am Reitlehrer. Der Reitlehrer befindet sich oben hier einmal auf der Anhöhe. Das heißt, ihr könnt irgendwo hier einen Ruhestein setzen, um so schnell wie möglich immer das Reiten zu erlernen. Ihr kriegt auch hier natürlich wieder markiert, wo ihr euch hinbegeben müsst, denn wir sollen in den Portalraum, könnt dort mit einem NPC reden und dieser bringt uns direkt in die verwüsteten Lande. Anschließend müsst ihr ein paar Meter laufen vom Flugpunkt bis zum Portal und beim Portal angekommen, könnt ihr jetzt einfach ganz linear der Quest-Reihe hier drinnen folgen. Das soll dann nicht weiter schwerfallen, das wirklich sehr, sehr simpel gehalten ist. Nach dem Drenor-Indro kommen wir im Frostfeuergrat an. Dort könnt ihr erst mal dem Ganzen folgen, solange bis eure Garnison erbaut wurde. Wurde die Garnison errichtet, dann könnt ihr hier ebenfalls erst mal weiterhin noch ein paar der Aufträge folgen und zwar alles, was ihr hier gerade drinnen erst mal annehmen könnt. Gerade wenn es hier Richtung nach unten geht, hier Grog töten, als auch was wir brauchen, das wollen wir definitiv abschließen und was wir haben, das wollen wir natürlich auch machen. Wenn ihr Grog getötet habt und natürlich die Materialien gesammelt habt, nicht vergessen, benutzt am besten euren Garnisonsruhestein, damit erspart ihr euch nochmal ein paar Laufminuten. Nach der Abgabe bauen wir jetzt noch unsere Garnison weiter aus, indem wir uns hier einmal die Baupläne besorgen, als auch die Kaserne aufstellen. Danach müssen wir einmal mit Kriegsmeister Zog reden, auch das machen wir einmal ganz fix und jetzt geht's weiter nach unten, denn jetzt folgen wir hier ganz kurz dem Questpart mit Rettet Olin Amberfell. Wenn ihr euch innerhalb des zitternden Grabens dann Richtung Frosthauer begebt, der der Rare hier ist, dann findet ihr hier auch noch Eisranken, da seine Quest ja ebenfalls abschließen solltet und ihr könnt natürlich auch den Rare hier noch nebenbei umhauen. In der Garnison wollen wir natürlich das wieder abgeben, als auch den guten Olin einmal auf eine Mission zu schicken, dann können wir nämlich die Folgequest davon ebenfalls beenden. Haben wir das gemacht, sollten wir eigentlich mit Stufe 17 aussteigen oder eventuell auch ganz kurz davor und dann könnt ihr hier wieder den Ruhestein benutzen, um zurück nach Orgrimma zu gehen. Von Orgrimma aus reitet ihr einmal beim Haupttor vorne raus, dann kommt er hier in Durotar an und auf der rechten Seite findet ihr hier gleich einen kleinen Questhub, den ihr abschließen werdet. Nach Abschluss des ersten Hubs in Durotar könnt ihr dann hier einmal auf die rechte Seite weiter, wo dieser kleine See sich auch befindet. Ihr könnt natürlich auch schon im Vorhinein die Karten aktivieren, damit er alles aufdeckt und dort befindet sich dann Wegnag und auch hier folgt wieder ganz kurz der kleinen Questreihe. Als nächstes geht es einmal quer durch Orgrimma, da haben wir zwar eine kleine Downtime von zwei Minuten um den Dreh, bis ihr hier oben angekommen seid, aber wir können dann hier oben in Azshara dafür weitermachen. Alternativ, wenn ihr gar keine Lust hattet bisher auf den Part in Durotar, könnt ihr den Part in Durotar auch einfach auslassen und direkt euch nach Azshara begeben und dafür hier den ein oder anderen Quests mehr folgen, denn Ziel ist es eigentlich nur, dass wir jetzt Stufe 20 erreichen. Konzentriert euch anfangs hauptsächlich auf zuerst mal die Hirsche und danach direkt die Questreihe rund um den Schredder. Die Quest mit den Augen des Eschentals, wo ihr die Speer töten müsst, die könnt ihr immer nebenbei die ganze Zeit machen. Das heißt, selbst wenn ihr hier mit dem Schredder die gerade findet, dann tut ihr euch natürlich leichter und erspart euch so ein bisschen Zeit. Und auch nicht vergessen, wenn ihr die Speer tötet, versucht sie dann auch irgendwann zu looten, denn die haben die Chance, dass sie den Brief hier droppen. Das ist allerdings nicht eine sehr hohe Chance, das heißt so circa 10% um den Drehraum. Wenn ihr ihn also kriegt, könnt ihr das natürlich auch noch annehmen. Ihr erhaltet dann eh einfach am Ende einen Auftrag, der euch gleich weiterschickt zum nächsten Platz und das ist hier der Umschlagplatz der Raketenbahn. Und auch hier können wir ganz normal allen Quests folgen, je nachdem ob ihr halt jetzt am Anfang Durotar geskippt habt oder nicht, müsst ihr hier weiter oder weniger weit questen. Wenn ihr allerdings hier aus dem Steinbruch einen der Goblins aufnehmen, dann dürft ihr dabei nicht aufmounten, denn ihr seht hier oben den Buff Goblin schleppen, sollte dieser nicht mehr da sein, dann zählt natürlich auch der Auftrag hier gar nicht. Beim Level Up auf Stufe 20 lassen wir alles sofort stehen und liegen und begeben uns zurück nach Orgrimmar. Entweder per Flugmeister oder per Reittier oder alternativ, wenn ihr den Ruhestein wieder ready habt, könnt ihr natürlich auch den benutzen, erspart euch ein paar Minuten an Laufweg. Zurück in Orgrimmar wollen wir nun drei Dinge abschließen. Nummer 1, wir wollen zum Reitlehrer und wollen gleich mal hier das 100% Reiten abholen. Nummer 2 ist, wir möchten den Kriegsmodus aktivieren, damit wir hier 10% mehr Erfahrung kriegen, als auch hier ein BVP-Talent unserer Wahl einmal auswählen können. Und Punkt Nummer 3, was wir jetzt noch möchten, das ist, dass wir hier einmal die Karte für die östlichen Königreiche aktivieren, damit wir dort die Flugpunkte als auch generell die ganze Karte freischalten. Habt ihr das alles gemacht, geht's weiter in den Silberwald. Das ist das Gegenstück zu Loch Modane für die Allianz. Das heißt, Silberwald gibt am meisten Erfahrung pro Stunde im ganzen Spiel auf Seite der Horde. Allianz hat dort keine Quests und ihr könnt dort relativ fix hin, denn wenn er dem Zeppelin-Turm in Orgrim nach oben rennt, habt ihr jetzt momentan hier ein Portal direkt nach Unterstadt. Von Unterstadt aus fliegt ihr gleich wie ein Flugmeister zur Kommandozentrale der Verlassenen. Erste Quest, die ihr dort erhaltet, das ist bei Großexekutor Mortos und das ist auch schon die nervigste Quest, denn das ist leider ein bisschen längeres RP-Event, aber keine Sorge, die Zone lohnt sich im späteren Verlauf immer mehr und mehr. Und nach Abschluss des RP-Events könnt ihr von hier an weg der ganzen Zone folgen. Nicht vergessen, wie ihr hier durch Silver Dragon die Rares mitnehmen, denn auch die Rare-Dichte hier ist extrem hoch und es lohnt sich hier sogar teilweise aus dem Weg zu gehen der Quest, um ganz kurz eine Runde zu drehen, um die Rares alle abzuklappern. Sobald ihr bei der Quest erhebt euch Verlassene angekommen seid, stellt sicher, dass ihr ganz kurz abmountet, denn sonst kann es vorkommen, dass euch hier die Valkyrie gar nicht erst spawnt. Danach könnt ihr gerne wieder aufmounten. Es geht nur darum, dass sie da ist, nicht, dass ihr rüber rennt zur Insel und dort gar nicht erst die Hilfe von ihr erhaltet. Nachdem ihr aus der Festung entkommen seid, kriegt ihr die Quest Lordaeron und dabei würdet ihr eigentlich Sylvanas begleiten auf dem Reittier und das könnt ihr ganz einfach skippen, denn wenn ihr einfach Escape macht und das ganze, die ganze Cutscene skippt, dann kommt er direkt hier vorne beim Grabmaler an. Leider sind die Cutscene davor net skippbar, sonst schließt nämlich einfach die Quest nicht ab. Und es gilt natürlich auch das gleiche wie auf der Allianzseite, ihr solltet immer Ausschau halten nach Kisten. Diese können überall in allen Kataklysm-Gebieten spawnen, in meinem Fall zum Beispiel steht hier eine im Haus. Die sehen verschieden aus und geben immer sehr, sehr viel Erfahrung, deswegen auf jeden Fall immer Ausschau halten, ob ihr eine dieser Kisten findet. Wenn ihr im Laufe vom Silberwald-Quest-Verlauf hier in Gilneas ankommen, dann nicht vergessen, dass ihr gleich am Anfang Korok der Koloss legt, denn der gibt euch ebenfalls noch eine Bonus-Quest. Und auch hier wieder ab der Quest ein Mann namens Godfrey. Müsst ihr feststellen, dass ihr erstmal ohne Reitier ganz kurz unterwegs seid, damit euch die zwei NPCs auch folgen, sollten sie nett auftauchen, dann sicherstellen, zum Beispiel hier die Spawnsie kurz, sicherstellen, dass ihr euch nicht im Kampf befindet und dass ihr nicht auf einem Reitier seid, damit hier wieder die NPCs euch nachrennen. Im Silberwald werdet ihr nicht nur nach Gilneas geschickt, sondern auch direkt in das Vorgebirge des Hügellands und zwar in den Dalaran-Krater. Dort habt ihr die Quest Praktische Rache, also auch Relios, Bewahrer der Relikte und wenn ihr hier auch nebenbei noch einen der Arcanen Überbleibsel tötet, dann droppen diese ebenfalls eine Quest und die solltet ihr natürlich auch abschließen. Hier haben wir sogar mal eine Ausnahme im Silberwald und zwar wenn ihr Stufe 30 erreicht und gerade schon irgendwo im unteren Bereich unterwegs seid, dann beendet zuerst das Gebiet und teleportiert euch dann zurück nach Orgrimma, um Reiten zu erlernen. Auch noch wichtig, wenn ihr gerade schon bei den Quests seid, wo ihr hier General Marstein, also auch hier den Schlachtplan looten müsst, dann seht auf der linken Seite hier überall Krokodile. Schaut das an, war von denen umhaut, denn die droppen ebenfalls eine Quest und die wollte er auch abschließen. Die letzte Quest, die ihr bekommen würdet, heißt Städte im Staub und da müsst ihr da eigentlich Silvanas folgen und ein ganzes RP Event ansehen. Das dauert allerdings über 5 Minuten, wenn ihr das machen möchtet, könnt ihr natürlich gerne mitmachen, aber ich würde euch empfehlen ab jetzt einfach den Reizkill zu erlernen und dann direkt hier weiter zum Südwachtor zu wechseln. Nach Abschließen von Silberwald bis auf die letzte Quest, wo er dann normalerweise Silvanas begleitet hättet, geht es dann mit dem Ruhestein zurück nach Orgrimma und in Orgrimma könnt ihr dann endlich das erste Fliegen schon mal lernen. Habt ihr das Fliegen erlernt, dann geht es wieder zurück auf die andere Seite, das heißt wir wollen wieder auf die östlichen Königreiche und das können wir wieder mit dem Portal nach Unterstadt anstellen. Wenn ihr unser nächster Quest habt, wo es jetzt weitergeht, das ist wie gesagt beim Südwachtor und das ist hier in dem Vorkbirge des Hügellands. Auch hier könnt ihr wieder ganz normal von hier weg einfach der Questreihen oder den Questreihen folgen und alles abschließen, was ihr hier findet. Das ist wirklich wieder sehr, sehr viel XP, was ihr kriegt und auch hier wieder natürlich schauen, dass ihr den ein oder anderen Rare mitnimmt. Es gibt nur ein, zwei Quests, ihr eventuell nicht mitmachen solltet, aber auf die gehe ich dann später noch ein. Im unteren Bereich beim Weststrand, da seid ihr unter anderem auch beim Azurschacht unterwegs, dort findet ihr innen drin eine Begleitquest, weil ihr müsst ja so oder so dafür rein und am Strand hier entlang unten bei den Murlocs, da läuft die gute Matschgeme und der droppt ebenfalls nochmal eine Bonusquest. Und auch hier wieder bei den Schlickfeldern, wenn ihr hier gerade unterwegs seid, dann stellt wieder sicher, dass ihr nicht auf einem Reittier seid und nicht in Fight seid, denn sonst kann es wieder vorkommen, dass diese NPCs hier gar nicht neben euch laufen. Das ist vor allem dann immer der Fall, gerade wenn ihr Magistrat um Uferbach besiegt habt, wenn ihr hier zum Letzten in der Mitte gehen müsst, dann kommt es nämlich ab und zu vor, dass die despawnen und dann kommt ihr erst wieder, wenn ihr abgemauntet seid und nicht in Kampf seid. Beim Mainhub angekommen im Hügelland und zwar Terence Mühle kriegt er wieder zahlreiche Quests. Und hier haben wir die erste, die wir auf keinen Fall machen wollen und zwar von Derak Nachtlauer, das ist die Quest Hirschbrötchen. Die Droprate für das Hirschfleisch ist so derart unterirdisch, dass er in der Zeit einfach schon andere Sachen hundertmal schneller abschließen könnte. Deswegen braucht er die auch nicht. Ihr könnt auch ganz normal weiterquesten, ohne die abzuschließen. Und Nummer zwei, die ihr nur eventuell macht, das ist hier Yetimus, der Yeti-Fürst, denn das braucht nach wie vor mehrere Spieler eigentlich. Es gibt manche Klassen, die es natürlich solo machen können, aber solltet ihr dabei Probleme haben und ihr könnt das ja einmal probieren, solltet ihr dabei draufgehen, dann lasst die Quest lieber aus und macht lieber die restlichen fertig. Selbstverständlich, die Battleground-Quests braucht ihr auch nicht annehmen, wie zum Beispiel hier oben beim Alteraktal die Flaggenjagd oder so. Das braucht ihr natürlich nett machen, sondern einfach nur oben mit Drektar reden, damit es dann hier unten wieder weitergeht. Und jetzt kommen wir zu noch einer Tricky-Quest und zwar, wenn ihr dann so weit seid, dass es zum Ostwach-Turm geht, dann könnt ihr natürlich auch dort alles abschließen. Aber hier gibt es ebenfalls eine Elite-Reihe und zwar ist das hier die Herausforderung von Durnholde. Dort müsst ihr nacheinander einen nach den anderen Elite-Mobs umhauen. Die ersten zwei sind relativ simpel, die kann man relativ einfach legen. Der dritte geht auch noch, macht ein bisschen mehr Schaden, aber der, der Probleme macht, ist dann Infernus. Warum? Weil er euch immer wieder CC-t und ihr dann nichts machen könnt und er euch einfach totbrügelt währenddessen. Wenn ihr es schafft, könnt ihr natürlich wieder euer Glück versuchen. Solltet ihr aber gerade in der Gruppe leveln, gerade mit zwei Leuten oder mehr, dann solltet ihr eigentlich gar keine Probleme haben und das auf jeden Fall mitnehmen, weil das gibt wirklich sehr, sehr viel XP. Und wenn ihr die Elite-Quests schaffen solltet, dann solltet ihr auch in Hügelland hier Stufe 40 erreichen. Geht sich das allerdings bei euch nicht aus, weil ihr es nicht schafft, dann könnt ihr natürlich gleich ins nächste Gebiet weitergehen und das ist das Hinterland. Dort begebt ihr euch zum Dorf der Bruchhauer und könnt ebenfalls wieder die ganze Zone ausleveln. Für mich in dem Falle, ich bin bereits halbe 40, das heißt, jetzt geht es wieder zurück nach Orgrimma und wir lernen als allererstes das epische Fliegen und dann begeben wir uns ins Hinterland. Hinterland, wirklich eines meiner Favoriten Gebiete. Wie gesagt, im Dorf der Bruchhauer, dort fangt ihr an und ihr seht schon, ihr könnt hier unzählige Quests gleich annehmen, die ihr alle Zeit gleich abschließen solltet, denn man sammelt hier, läuft ein bisschen nach oben, killt ein paar Gegner und so weiter und dann bringt man alles wieder runter. Im späteren Lauf, wenn es dann nach Chinta-Alor geht, da geht es vor allem dann richtig, richtig schnell voran. Solltet ihr im Laufe von dem ganzen Abenteuer durchs Hinterland zufällig eine der Quests kriegen, die hier sucht, OOX09 heißt, dann könnt ihr diese abgeben, aber startet nicht die Folgequest, denn sie ist zwar verlockend, weil sie sehr viel Erfahrung gibt, allerdings müsste man die Quest dann in Beutebucht abgeben und der Reiseweg, der lohnt sich einfach gar nicht. Und mit dem Questabschluss in Hinterland habt ihr dann natürlich auch alles hier abgeschlossen. Ihr kriegt aber auch direkt eine Überleit-Quest und dieser werden wir auch folgen und zwar die Schlacht um Andorhal. Dafür müssen wir in die westlichen Pestländer und dort werden wir jetzt natürlich auch weitermachen zum Leveln. Es gibt allerdings zwei Alternativen, die ihr von hier an weiterhin machen könntet. Entweder ihr folgt meiner Route und geht weiter in die westlichen Pestländer oder ihr benutzt direkt euren Ruhestein nach Orgrimma und begebt euch dann über das Portal vom Hial hier nach oben und fliegt einmal in den Teufelswald und startet hier unten bei die Verderbten erlegen und questet euch einmal komplett durch hoch im Teufelswald. Auch das ist eine sehr sehr exzellente Route, weil ihr dann direkt am Ende nach Hial gehen könntet, was wir hier wahrscheinlich auch machen werden. Dementsprechend bleibt euch das offen, ob ihr lieber da hingehen wollt. Noch eine Alternative wäre hier einmal das Steinkrallengebirge. Auch hier könnt ihr mal hingehen. Ist auch ein sehr sehr guter Questflow und sehr sehr viel XP, was man pro Stunde abschließen könnte und die letzte Alternative wäre dann überhaupt noch in einem anderen Kontinent und zwar wäre das hier einmal Gorgrond. Vor allem von meiner Route machen wir jetzt wie gesagt weiter in den westlichen Pestländern. Dort startet das Ganze bei Andor Hall. Ihr werdet allerdings auch einmal zum Bollwerk zurückgeschickt, wo ihr die Felder hier clearn müsst. Allesamt sind gerade die Quests in Andor Hall extrem schnell abzuschließen, auch im späteren Verlauf bei der Städte der Heiler. Und auch hier solltet ihr natürlich wieder das ganze Gebiet clearn, damit ihr hier am Ende auch den Erfolg mitnehmen könntet. Allerdings wie gesagt ist natürlich auch die Erfahrung, die wir hier pro Stunde erhalten können, der Hauptgrund, warum wir hier sind. Und damit wären wir in meinem Fall auch fertig mit den westlichen Pestländern. Es gibt eine Quest, die ihr hier nett machen solltet und das ist grausige Grizzlies. Das nimmt man hier am Bollwerk an und ist eigentlich noch eine Quest im Verlauf von dem guten Tirisfal, also eigentlich eine der Startzonen für die Untoten. Könnt ihr mitmachen, gibt ein bisschen weniger EP als alles andere. Vor, wo ich verglichen habe, waren zum Beispiel 5000 EP für die Quest und die anderen gaben schon 7800. Droprate ist auch ein bisschen niedriger, aber ihr könnt sie durchaus mitmachen, ist jetzt aber nichts, was er sonst unbedingt braucht. In meinem Fall sehen wir jetzt Level 56 mit dem Abschluss der westlichen Pestländer und wie vorher schon erwähnt geht es jetzt in den Hial und da kommen wir am schnellsten hin, wenn wir uns zurück nach Orgrimma teleportieren. In Orgrimma selbst könnt ihr ganz einfach hier oben beim Tal der Weisheit einmal hochfliegen und dort findet ihr in einem Kreis zahlreiche Portale und eins davon führt euch direkt in den Hial. Im Hial angekommen könnt ihr nun einfach den restlichen Quests folgen. Das ist wieder sehr linear gehalten, das heißt ihr folgt ja einfach geradewegs immer weiter den ganzen Quests, die euch angezeigt werden, solange bis er Stufe 60 erreicht. Der einzige Nachteil vom Hial ist, dass man hier tatsächlich auch andere Spieler in der Chromie-Zeit sieht und das kann natürlich auch von der anderen Fraktion sein. Heißt also es könnte zu PvP kommen, wenn ihr also gar kein Fan seid vom Spieler gegen Spielerkampf, dann könnt ihr hier alternativ auch den Kriegsmodus ganz am Ende ausschalten. Dem einzigen, dem ihr hier keine Aufmerksamkeit schenken müsst, das ist gleich am Anfang in Nordrasil, da steht nämlich Thrall mit einer Quest und die braucht eigentlich, oder der braucht da gar nicht folgen, das ist eigentlich nur eine Story-Quest aus Kataklysm, das heißt die könnt ihr ganz gedroht auslassen. Und dem zweiten NPC, dem ihr hier keine Beachtung schenken solltet, das ist der gute Pip-Flitzwitz, der befindet sich nämlich hier gleich beim Aschenzirkel auch relativ am Anfang. Das ist eigentlich nur eine Überleit-Quest, die uns halt zum Dungeon schickt aus Kataklysm und das brauchen wir ebenfalls nicht. Und auch auf Seite der Horde sind wir damit fertig, Stufe 60 wurde erreicht, wie gesagt, ihr könnt natürlich, wenn ihr weniger Level gemacht habt, bisher ein bisschen weiter questen, alles ist hier sehr, sehr linear gehalten, gerade hier drinnen dann im Schlund, wo man hier reingeht, geht es nochmal bei Weitem schneller. Ihr könntet zwar auch hier wieder ab Level 59 bereits raus aus der Chromie-Zeit und nach Dragon Isles würde ich euch aber nicht empfehlen, da 59 bis 60 hier wirklich sehr, sehr schnell geht und man ja, dann im späteren Verlauf bei meiner Route zumindest noch ein paar mehr Quests of Mud für den 60 bis 70er Bereich. Ansonsten werdet ihr ganz normal nach 60 Sekunden aus der Zeitwanderungskampagne raus teleportiert und landet in Orgrimma. Im Falle von dem Charakter, den wir hier im Video gelevelt haben, haben wir 6 Stunden und 39 Minuten benötigt. Man muss natürlich sagen, Horde ist ein bisschen langsamer als Allianz, aber nicht viel, da wir hier in dem Falle gerade mit 10% Kriegsmodus gelevelt haben und im Falle von Allianz mit 25% Kriegsmodus. Natürlich geht das auch noch bei Weitem schneller wieder, wenn man die Route ein bisschen besser optimiert und man darf nicht vergessen, der Dunkelmond Jamax ist hier auch nicht aktiv, das heißt uns fehlen hier ebenfalls nochmal 10% als auch die Quests, die man einmalig jedes Mal dort abgeben kann. Und somit sind wir schon bei Level 60 bis 61. Hier gibt es nämlich einen kleinen Trick, solange dieser noch funktioniert. Da gibt es nämlich einen guten Elite-Farm-Spot, wo ihr sehr, sehr schnell vorankommt. Vor allem dann, wenn ihr einen Charakter habt, der vielleicht eine Zeit lang ausgelockt war, gerade auf Level 60 natürlich, dass euer Balken erholt ist, sprich ihr 200% mehr Erfahrung durch Gegner-Kills erhaltet. Wenn ihr also noch Charaktere leveln möchtet in Zukunft, stellt sicher, dass ihr auf Level 60 einmal kurz mit denen einloggt, damit der Erfahrungs-Buff mit der Erholung auch nach oben geht und wenn ihr das habt, könnt ihr von 60 bis 61 euch einmal in die Schattenlande begeben und zwar genauer gesagt nach Revendreth und in Revendreth findet ihr hier ganz, ganz oben den Glutdistrikt und innerhalb dieses Glutdistrikt findet ihr zahlreiche Elite-Gegner, die sehr, sehr einfach zu besiegen ist. Ihr braucht dafür auch gar nicht allzu viel Ausrüstung, denn es gibt hier noch was Praktisches, wenn ihr hier gerade unterwegs seid, ihr findet hier ganz einfach so kleine Blümchen immer am Boden, wie zum Beispiel hier gerade ganz einfach und wenn man diese Blümchen lootet, dann erhält man einen Buff und dieser gefügt uns Schaden zu, alle drei Sekunden, erhöht aber auch massiv unseren Lebensraub. Das heißt, wenn wir Gegner hier verprügeln, sehen wir schon, für jeden Schlag, den wir zufügen, healen wir uns auch gleichzeitig wieder. Dieser Buff ist auch stapelbar, das heißt, ihr könnt mehrere dieser Blümchen zeitgleich andrücken, um somit sicherzustellen, dass ihr überlebt. Allerdings ab drei Blümchen aufwärts innerhalb des drei Minuten Zyklus wird es langsam kritisch, denn wenn ihr euch dann nicht innerhalb des Kampfes befindet, um irgendwelche Gegner zu verprügeln, dann geht er natürlich auch so irgendwann mit der Zeit drauf. Aber wenn wir hier schon schauen, der kleine Mob hier alleine gibt uns mit Erholungsbar 5000 EP, wenn wir das mit der Quest vergleichen, die gibt uns auf selbigen Level circa 10.000 bis 15.000 EP. Die größeren Gegner geben überhaupt zwischen 10.000 bis 20.000 Erfahrung, das heißt, ihr kommt hier wirklich sehr, sehr fix voran, solltet das auf jeden Fall hier benutzen, wenn ihr halt schneller farmen möchtet, denn man kann wie gesagt einfach auch gleich noch so ein zweites Blümchen anklicken, wenn man eins findet. Wenn man das angeklickt hat, sehen wir schon zwei Buffs und dann pullen wir nicht nur ein bisschen was, sondern wir können einfach alles zusammenziehen, was wir hier gerade finden. Natürlich der Benommenheitsbuff macht es immer ein bisschen schwierig, aber sobald wir hier anfangen Schaden zu verursachen, sollten wir kein Problem haben, dass wir uns irgendwie gegenheilen können. Wie man hier schon sieht, sind wir einfach instant wieder toppt, indem wir einmal einen Wirbel gemacht haben. Und wir sehen schon, in gerade mal vier, fünf Minuten haben wir hier 60 bis 61 abgeschlossen. Ist also definitiv wertvoll, hier einmal farmen zu gehen, gerade weil es sehr, sehr einfach fällt. Natürlich, ich mit dem Paladin habe ein bisschen Gier. Wenn man weniger Gier hat, ist es natürlich trotzdem machbar. Einfach nur aufgrund des Selbstheilungs Buffs, den man hier hat. Allerdings ist man nicht ganz so schnell mit dem Killen, ist aber trotzdem noch eine der schnelleren Varianten, wenn man hier halt leveln möchte. Wenn man das nett möchte, dass man hier den Grind einlegt, kann man auch mit 60 direkt in die Dracheninseln weiter schreiten und dann einfach dem späteren Part der Guide weiter folgen. Mit Level 61, wenn ihr den Grind abgeschlossen habt oder mit Level 60, wenn ihr keine Lust darauf hattet, geht es dann einmal raus nach Orgrimma oder in Sturmwind und dort könnt ihr dann ganz einfach der Intro-Quest folgen zu den Dracheninseln. Das fängt ja an mit der Ruf zu den Inseln. Während ihr auf den Zeppelin oder das Boot wartet, könnt ihr jederzeit hier auf Zusammenfassung der Dracheninseln drücken, denn ihr solltet gleich euer Drachenreiten einmal auskillen. Das habt ihr vermutlich mit eurem Main bereits gemacht. Müsst ihr einmal alle Talente durchdrücken. Nicht, dass euch gleich wundert, warum es hier nicht vorangeht. Und auch nicht vergessen, solltet ihr nebenbei Kräuter oder Erze farmen, unbedingt hier Drachenreiter-Kultivierung mitnehmen, denn das wurde massiv gebufft und da kriegt man eigentlich, sofern man sich drei Sekunden nach dem Abbauen am Boden befindet, instant ein Edelahn wieder zurück. Auf den Dracheninseln angekommen, könnte hier erstmal der Story folgen und zwar egal ob ihr Allianz oder Horde seid, das sind ja mehr oder weniger die gleichen Quests nur auf den verschiedenen Seiten. Da könnt ihr instant hier den ersten Part abgeben und die Story-Quests hier allesamt annehmen und abschließen. Was ihr auch nicht vergessen solltet, während ihr in den Dracheninseln levelt, das sind gewisse Rare NPCs und zwar sind manche immer da und diese werden euch auch anhand der Karte mit dem Stern angezeigt. Der erste, der ist hier der Urheilte Flunker, auf der rechten Seite für die Horde und auf der linken Seite haben wir drüben einmal die Königin und die Königin könnte auch killen. Das heißt für beide Fraktionen könnt ihr beide killen. Warum ist das wertvoll? Weil diese Rares immer ein Bonus-Ziel besitzen, welche wie ein Quest-Abschluss zählt. Das heißt, ihr kriegt hier nochmal einfach massiv Erfahrung mit dazu. Wie wir hier schon sehen, wenn wir den hier erledigt haben, dann ploppt hier das Ganze auf und wir kriegen 2000 für den Kill und 10.000 für das Bonus-Ziel. Das heißt, jetzt gehen wir auch noch auf die andere Seite. Wie schon gesagt, Allianz-Seite, legen wir ebenfalls die Königin und auch hier gibt es natürlich dann die 10.000 EP plus die 2.000 für den Kill und eventuell das ein oder andere Item, das ihr schon brauchen könntet zum leveln. In der Botschaft könnt ihr dann gleich alles abgeben, was ihr bisher erhalten habt und solltet auch so schnell es geht hier einmal die Textoption von Sendrax starten, damit das gleich nebenbei abschließt. Dann könnt ihr hier alle Sidequests annehmen, die ihr findet. Auch die Sachen für die Berufe könnt ihr definitiv auch annehmen und direkt abschließen. Da kriegt ihr nämlich auch nochmal ein bisschen Bonus-Erfahrung dazu. Einzige Ausnahme ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier runenverzierte Serevit-Route herstellen müsst. Das solltet ihr davor erstmal ignorieren. Das könnt ihr auch einfach ausblenden, könnt das im späteren Verlauf wieder abschließen. Ansonsten auch hier wieder der Main-Story folgen. Einmal annehmen und wenn ihr bereits den Char durch Dragonfly durchgequestet habt, dann ploppt hier das Ganze auf, denn ab jetzt dürft ihr euch mehr oder weniger entscheiden, wo es dann auch hingehen soll und es spielt keine Rolle, keine wirkliche Rolle, was ihr hier auswählt. Ich für meinen Part nehme hier erstmal Küste des Erwachens einmal an, weil wir hier eine Zeitlang der Main-Story folgen, als auch ein paar Sidequests. Ist jetzt aber wie gesagt nicht allzu relevant. Ihr könnt auch gleich hier die Quests annehmen, was euch ja die Weekly abschließt, wo ihr dann nochmal so World-Quests abschließen müsst und so weiter. Das könnt ihr definitiv auch gleich alles annehmen. Ansonsten, wie gesagt, die Sidequests in dem Hub könnt ihr alle abschließen, als auch der Main-Story weiterhin folgen. Im Laufe der Main-Story kommt ihr hier zu Kommandant Lettanak. Da könnt ihr natürlich auch weiterhin alles abschließen und im ganzen Folge müsst ihr so ein paar Welblinge befreien und die Charadin erschlagen. Und die Sidequests, die interessiert uns hier dieses Mal nett. Das wäre hier ehemalige Ökologen. Das nehmen wir nett an, sondern wir folgen weiterhin einfach nur der Main-Story. In der Schuppenknacker-Feste findet ihr auch gleich den nächsten Rare dann im Laufe der Main-Story. Das ist Drachenjäger Igordan. Den sollte er natürlich auch erschlagen. Und ein Bonus-Ziel tut sich ebenfalls auf. Das solltet ihr auch abschließen. Auch das gibt euch sehr, sehr viel Erfahrung. Und da ihr generell schon unterwegs seid für die Quests, solltet ihr eigentlich passiv nebenbei abschließen. Während ihr Veteranen zur Hilfe abschließt, gibt es hier auch noch einen Bonus und zwar Feuer mit Wasser bekämpfen. Dazu braucht ihr nur in die Höhle gehen. Und da der Respawn hier so extrem hoch ist, könnt ihr einfach gleich mehrere von den Gegnern zusammenpolen und solltet die Prozentleiste instant gefüllt haben. Der letzte Hub, den wir jetzt noch als Main-Story hier abschließen, das ist hier oben beim Konservatorium der Lebensbinderin. Auch hier gibt es wieder einen Rare-NPC und zwar ist das Fyra-Fyrava, der Entzünder. Auch den solltet ihr natürlich wieder nebenbei mitmachen. Das letzte, was sie hier jetzt noch abschließt, ist, dass sie das Ei wieder zurückbringt und dann bei Maiodomus Silistra einmal die Quest beendet. Von hier an machen wir die Main-Story nicht mehr weiter, sondern was wir als nächstes machen, sind erstmal die World-Quests auf dem Weg in das nächste Gebiet. Und das nächste Gebiet ist das Azurblaue Gebirge. Das heißt, wenn ihr euch darüber begebt, schließt einfach alle World-Quests ab, die ihr gerade Lust habt, die relativ einfach sind, wie so Rennen und so weiter. Könnt ihr alles hier rüber abschließen, solange bis ihr hier ganz unten bei Onaran Plains ankommt und zwar bei der Flussgabelkreuzung, denn dort startet die Main-Story für das Azurblaue Gebirge. Bei der Flussgabelkreuzung braucht ihr dann nur einmal hier wieder die Main-Story annehmen und dann geht es schon direkt ab ins Azurblaue Gebirge. Wenn ihr der Straße hinein folgt, seht ihr direkt gerade aus. Wenn ihr gerade reinkommt ins Gebiet, auch schon den ersten Rare, der euch Bonus-EP gewährt. Dafür müsst ihr nur diese drei Gnolle hier einmal erschlagen. Dann kommt ein Zusatz-Mob und auch den wollen wir wieder umhauen. Bei Kuris Angelplatz angekommen, da könnt ihr natürlich auch gleich wieder alles abschließen, inklusive auch der Angel-Quest. Das heißt, definitiv die Angel-Quest annehmen und hier einmal Angeln auf den Dracheninseln erlernen, damit ihr hier auch angeln könnt, beziehungsweise auch gleich Skillpunkte haltet. Die Elite-Quest, die ihr hinten an dem Plakat einmal annehmen könnt, die könnt ihr ebenfalls abschließen. Das sollt ihr auch alleine eigentlich gar kein Problem darstellen. Lager Antonidas ist der nächste große Hub, wo wir unterwegs sind. Auch hier nach wie vor Main-Story bleibt alles gleich. Das heißt, die macht ihr nach wie vor weiter. Noch ein kleiner Tipp und zwar, wenn der gute Hammett Nessingberry hier gerade parken solltet, nehmt auf jeden Fall den alten Steinhauer einmal mit und schaut, dass ihr den gleich mal erschlagt nebenbei. Und stellt auch sicher, dass ihr zuallererst den Side-Quests hier folgt beim Lager Antonidas, denn die Main-Story würde euch automatisch weiter schicken und zwar Richtung Azur-Archiv. Das wollen wir gerade noch nicht, sondern wir machen zuerst hier die Side-Quests fertig und dann geht es erst zum Azur-Archiv. Bei den Azur-Archiven hätten wir wieder einen Rare und zwar sitzt der einmal hier oben direkt drinnen. Sehen wir hier gleich Azur-Archive und da ist einmal die vergessene Schöpfung drin. Könnt ihr einfach hochfliegen, auch den wieder oben hauen. Das ist ebenfalls wieder ein Bonus-Ziel und auch hier kriegen wir wieder 10.000 Erfahrung dafür. Von den Azur-Archiven aus werdet ihr dann wieder zurück ins Lager Antonidas geschickt. Wenn ihr die Main-Story dort abgibt, könnt ihr natürlich weiterhin dieser folgen, aber zuerst machen wir hier einen Zwischenstopp, denn jetzt ploppen hier auch neue Side-Quests auf. Die ganzen Nebenaufträge abgeschlossen, geht es jetzt weiter zu die Karawane erwischen, das heißt wir folgen wieder der Main-Story. Solltet ihr auf dem Weg wieder mal dem guten Nessingvery begegnen, dann könnt ihr auch hier wieder die Bonus-Quest annehmen mit Bluthorns Horn. Das könnt ihr dann auch direkt abschließen, im Verlauf aber nicht gleich abgeben, weil das schickt uns dann zu einem Lager, wo wir erst im späteren Verlauf landen werden. Und wenn ihr gerade mit Brenner geredet habt und die Main-Story dort abgegeben habt, immer kurz warten, denn da ploppt die Quest erst später wieder auf und ich bin hier schon so oft reingelaufen und habe den ganzen Gnoll-Stuff erledigt und dann komme ich drauf, dass ich hier noch Sachen vergessen hatte. Habt euch durch die ganze Gnoll-Höhle einmal durchgekämpft, dann geht es hier weiter zum nächsten Mini-Hub und dort können wir natürlich nach wie vor Main-Story folgen und wir kriegen hier von Unkimi noch fallendes Wasser und das ist eine Quest, die schickt uns dann gleich weiter zu einem der Side-Hubs, wo wir uns ebenfalls hinbegeben werden. Deswegen definitiv annehmen. Was ihr noch machen solltet hier, ist auch noch einen Bonus-Rare zu killen und zwar ist das der Rare, der hier unten im Wasser steht. Das ist Kaskade, braucht einfach nur geradewegs runterfliegen und in dieser kleinen Flussmündung dort, da sollte er normalerweise drinnen stehen. Wenn er gerade tot ist wegen Vale-Quest oder sonst irgendwas, müsst ihr halt kurz warten. Ansonsten, wie gesagt, erschlagen für Bonus-IP. Beim uralten Aussichtspunkt, wo wir dann hier schnelles Handeln ist geboten, abgeben würden, lassen wir das mal ganz kurz. Lassen die Quest aber angenommen, denn wir machen hier später wieder weiter. Jetzt geht es erstmal zum Drei-Fäller-Rundblick, wo wir schon mit fallendes Wasser auch hingeschickt werden. Auch dort solltet ihr wieder alles abschließen, was ihr abschließen könnt und auf dem Weg hier nach oben steht ebenfalls noch ein Quest-NPC, das der gute Branua breitbracht. Von dem sollten wir das ebenfalls hier annehmen und da ist die Quest, wo ist Luke. Die Nebenaufträge, was er beim Drei-Fäller-Rundblick kriegt, die lohnen sich definitiv gehen sehr, sehr schnell abzuschließen und man kriegt sehr fix dort die Erfahrung zusammen. Dann geht es wieder zurück weiter, zurück zu Kaligos und dort können wir das natürlich gleich wieder annehmen und jetzt kleiner Tipp nebenbei. Ihr müsst am Anfang nur mit den drei Wurzeln interagieren. Habt aber bereits das Bonus-Ziel, das Bonus-Ziel aber nicht gleich abschließen, sondern erst im Verlauf der nächsten Aufträge, die ihr hier erhaltet, denn sonst macht er mehr oder weniger die dreifache Arbeit hier, wenn er halt, ja, nicht das dann zusammen mit den anderen Kill-Quests gleich abschließt. Am Ende von der Gnoll-Story sind wir in so einer kleinen Kristallhöhle, wo wir den Verfall läutern und wenn wir dann rausfliegen und bei Kaligos das Ganze hier beenden und bei Brenner wieder annehmen, befindet sich gleich zu unserer Seite hier der nächste Rare-Mob, den wir ebenfalls oben hauen und das ist Vakril, wie gesagt, der ist hier direkt neben der Straße. So, jetzt sind wir in Iskara, dort wo man normalerweise auch hier die Suppe kocht als Welt-Event und hier kann es sehr verwirrend werden, denn das ist so ein kleiner Hub, aber es ist randvoll hier mit Aufträgen, die ihr abschließen könnt und auch sollt, deswegen auf jeden Fall hier alles annehmen. Was keine Erfahrung gibt, ist natürlich, wenn ihr hier zum Beispiel einen Ruf abhabt, kriegt ihr immer diese Beutelchen, das könnt ihr abgeben natürlich, aber das gibt euch halt keine Erfahrung. Ihr solltet aber sonst alles annehmen, ihr könnt versuchen, ob ihr den High, also Krojek, dort down bekommt. Mit den meisten Klassen habe ich es persönlich geschafft, ein bisschen problematischer, umso höher man in der Stufe ist natürlich, weil dann das Gear meistens nicht ganz mitspielt, aber solltet ihr die Ausrüstung dafür haben, dann auf jeden Fall machen. Solltet ihr gerade jemanden finden oder gerade einfach Bock haben, jemanden zu suchen, könnt ihr das natürlich auch machen, damit ihr den erledigen könnt. Ansonsten, wie gesagt, alles hier abschließen. Es gibt auch wieder eine Angelquest, als auch eine Quest, wo ihr einfach nur Fische abgeben müsst, zum Beispiel das hier. Da braucht ihr hier die fünf Querflossen Flügelrossfische, die könnt ihr alternativ auch ganz einfach im Auktionshaus fix kaufen. Postkasten gibt es hier eh und dann könnt ihr euch die vielleicht von einem anderen Charakter rüberschicken und ihr seht schon, wenn ihr hier einfach Ruf bekommt, gibt es hier auch noch zahlreiche Dinge, wo ihr einfach nur Transmog oder so Sachen abholen könnt. Solltet ihr auch abschließen, weil sonst wird es noch verwirrender, weil ihr euch dann gar nicht mehr auskennt, was hier überhaupt bei dem Quest Hub abgeht. Es ist ein bisschen verwirrend auch, weil die Markierungen alle so nah aneinander sind, dass ihr teilweise leichteres Spiel habt, wenn ihr die Karte reinzoomt. So seht ihr vielleicht auch die ein oder andere Markierung, die sonst untergeht. Zum Beispiel hier unten, wo man dann einmal da rein muss, wo das Gasthaus ist. Das wird bei mir zum Beispiel von Handy Knows fast vollkommen verdeckt. Deswegen auf jeden Fall aufpassen hier. Ganz zum Abschluss solltet ihr in Iskara dann erst wieder die Main Story machen, so dass das hier dann alles ein Ende nimmt. Denn das würde uns jetzt wieder zu den Azur Archiven schicken und außerdem sehen wir schon, wie viele Überleitquests wir hier rüber kriegen, da wo wir später dann auch noch hingehen. Bevor wir das allerdings machen, gehen wir zuerst noch ganz links. Da sollten wir ebenfalls eine Überleitquest bekommen haben und das ist Neuigkeiten in jedem Winkel. Das ist nämlich hier im Wahlfängerwinkel und da machen wir natürlich auch wieder alles. Auch das ist wieder so ein kleiner Side-Quest-Hub, der sehr, sehr fix geht. Solltet auf jeden Fall einmal alles durchballern und ja, dann geht es weiter zu den Azur Archiven danach. Bei den Azur Archiven gibt es dann einmal kurz was abzugeben, als auch nochmal so eine kurze Karte sehen, die schaut euch an oder skippt sie, könnt dann wieder was abgeben und dann kriegt ihr zu Ronins Schild. Ihr seht vorerst nicht, wo das genau ist, wenn das nicht auswendig wisst, ihr müsst erst hier ganz nach oben fliegen einmal, wo ihr schon mal wart für eine der Main-Story-Quests und dann wird euch auf der Karte erst markiert, wo die Story weitergeht. Bevor wir das allerdings machen, geht es jetzt dort hin, wo wir bereits drei Quests zum Abgeben haben oder eventuell auch nur zwei, je nachdem ob ihr das mit dem alten Steinhauer zum Beispiel angenommen hattet, von dem guten Nessingberry, der auf den Straßen durch die Gegend fährt. Wenn nicht, auch nicht so tragisch, dann könnt ihr trotzdem einfach hier zum nächsten Hub rüberfliegen. Beim Lager immer nirgendwo angekommen, würdet ihr dann hier gleich wieder zwei Aufträge kriegen und zwar einer schickt euch nach oben, einer schickt euch nach unten. Das sind beides zwei eigene Quests, das heißt entscheidet euch für eine der beiden zuerst und schließt die ab und geht dann erst zur nächsten weiter, aber machen tun wir so oder so beide. Habt ihr diese zwei einzelnen Geschichten abgeschlossen, könnt ihr das im Lager immer nirgendwo nochmal abgeben und dann kriegt ihr zwar keine Überleit-Quest, aber ihr könnt selbstständig hier einfach dem Weg folgen, denn hier oben zwischen den Felsen, da befindet sich noch ein extra Side-Quest habe und den wollen wir auch machen. Da sehen wir hier die zwei Tosca, wo wir schon mal drei Quests insgesamt abholen können, also auch ein paar Folge-Quests und das machen wir natürlich ebenfalls alles. Und danach könnt ihr endlich zu Ronins Schild auch dort wieder gleich alles annehmen und auch die erste Quest, die ihr hier drinnen abschließen könnt, abschließen. Allerdings, sobald ihr hier mit den Geschossen einmal, ja, die fünf Protodrachen versenkt habt, machen wir vorerst nicht hier weiter, sondern es geht dann zu, was ist mit dem Winterpels-Clan weiter. Das gibt ihr nämlich bei Terrons Wacht einmal ab und da wollt ihr natürlich auch gleich wieder alles abschließen. Außerdem, solltet ihr irgendwo wieder auf den Wegen, die hier oben durch die Gegend führen, den guten Nessingvery sehen, könnt ihr auch diese Quest wieder annehmen, da ist nämlich die Meute eindämmen, da müsst ihr nochmal ein Yeti erschlagen und auch das könnt ihr machen. Auch für den Fortschritt der Winterpelzhöhlen sollte eigentlich nicht wirklich viel Aufwand dahinter stecken, sind alles sehr sehr simpel gehaltene Quests, wo am Ende dann den Fuhrbolg befreit. Ihr kriegt außerdem hier auch noch Reiter im Schnee als Folge-Quest und da gehen wir als nächstes hin. Die Main-Story, die machen wir nämlich erst ganz am Schluss. Währenddessen ihr euch hier im Lager mit den ganzen Gnollen befindet, habt ihr auch wieder ein Bonus-Ziel und solltet ihr gerade lucky sein, ist hier eventuell auch gerade eine Welt-Quest mit am Start. Wie immer gilt, Welt-Quests könnt ihr generell immer abschließen, wenn diese gerade damit overlappen, wo ihr questet. Das lohnt sich nämlich im Prinzip immer. Ihr könnt ansonsten generell Welt-Quests mitmachen, denn Welt-Quests sind nicht wie in Shadowlands, wo die so gut wie gar keine Erfahrung gegeben haben, sondern sie geben hier teilweise sogar mehr als eine normale Quest. Deswegen, wenn es gerade da ist, auf jeden Fall einmal vorbeischauen. Am Ende von dem Ganzen werden wir gleich ein Stückchen weiter nach oben geschickt und auch hier gibt es wieder eine Angel-Quest. Das heißt, wenn ihr bis jetzt noch nicht angeln gelernt habt, auf jeden Fall hier angeln lernen, hier wieder drei Fische rausholen und das wieder abgeben. Wenn ihr das mit dem Angeln nämlich abgeschlossen habt, dann gibt es insgesamt drei Folge-Quests und diese schicken euch alle hier links Richtung Iskara. Einmal hier oben, nur Muskeln, kein Gehirn, eine entfernte Fuhr, ein entfernter Fuhrburg-Freund und dann haben wir unten noch Grimhauers Schwester. Diese drei wollen wir abschließen und die Folge-Quests, die wir beim jeweiligen Hub hier kriegen, wollen wir auch machen, denn das schickt uns dann allesamt wieder zurück, hier nach oben zum alten Grimhauer. Wenn ihr Grimhauer die drei Aufträge wieder zurückbringt, dann kriegt ihr hier überhaupt zweimal 9000 EP und einmal 1000 EP, also lohnt sich definitiv sehr stark. Dann kriegen wir hier noch ungeklärte Angelegenheit, da ist die finale Quest davon und dann geht es weiter mit der Main-Story, die wir jetzt noch zu Ende machen werden. Für das Azurgebirge jetzt nur noch ein Tipp, bevor wir die Main-Story hier zu Ende machen, das ist das kurz bevor wir das hier abgeben würden zu den Bergen, steht zu unserer Linken dann nochmal ein Rare-NPC, der wir umhauen können für Bonus-EP und wie gesagt, danach machen wir hier die Main-Story ganz zu Ende. Das Azurgebirge haben wir damit hinter uns gelassen, weil die Main-Story wurde beendet und jetzt geht es ins letzte Gebiet und das ist Faldrasus und da schaut ihr, dass ihr hier links unten am besten reingeht und zwar in der Nähe vom Gartenschrein, denn dort werden wir jetzt fortschreiten und man sieht schon wahrscheinlich warum. Wir haben hier gleich zwei Rares auf einen Schlag, die geben wir der ganz normale Erfahrung, wenn er sie killt. Der erste ist hier unten eine Patrouille und der zweite, der sitzt da ganz oben im Turm drinnen. Nach dem Erledigen der zwei Rares geht es weiter und zwar ein kleines Stückchen nach vorne, denn hier haben wir die Gärten der Einigkeit und bei den Gärten selber, da sehen wir schon gleich eine Quest und da ist eine kleine Quest-Reihe, die werden wir natürlich wieder abschließen. Außerdem sind hier auch noch zwei Rares und zwar einmal geradeaus ist Liskron der blendende und um uns im Kreis herum fliegt ein Protodrache hier oben drüber, der legt sich ab und zu irgendwo schlafen, kann man dann auch erschlagen, wenn man das jetzt nicht will, weil der ist ein paar mal ziemlich nervig, dass er resettet oder so mittendrin, dann kann man den auch auslassen, aber ansonsten wenn er ihn gerade schön erwischt, dann auf jeden Fall mitnehmen. In meinem Fall bin ich jetzt Level 69. Alles was ihr auf Level 69 machen möchtet gerade noch ist in etwa ein bis zwei Balken hier unten zu füllen in der EP-Leiste und dann geht es eigentlich schon zum letzten Schritt. Sollte euch jetzt noch mehr fehlen als in meinem Fall, dann zeige ich euch hier noch ein paar Quest-Hubs, die ihr auf jeden Fall mit einpacken könnt, denn die sind sehr sehr wertvoll mehr oder weniger. Nummer 1 ist, dass ihr euch hier in die Nähe vom Temporalen Konflux begebt, denn hier bei einem Posten der Gellik hier habt ihr gleich drei Hubs nebeneinander und zwar einmal beim Kommandanten, einmal zu seiner linken hier drüben bei Wegbehüterin Nori, als auch hier oben haben wir noch einen kleinen Hub, den ihr hier gleich ausquesten könntet, die sehr viel EP geben. Auch noch lohnenswert ist hier einmal unten beim Titanen-Konstrukt, auch das könnt ihr da alternativ mitmachen. Auch die Main-Story in Waldraken ist sehr wertvoll, die könnt ihr einfach beim Sitz der Aspekte oben annehmen und könnt dann ganz einfach hier durchquesten. Allerdings würde ich aufhören mit der Main-Story, sobald ihr hier unten beim Temporalen Konflux ankommt. Da ist die Dauer zwischen den Quests einfach viel zu lange, als dass es sich noch rentiert. Ihr habt allerdings noch einen Side-Hub und zwar ist das hier drüben bei mir. Das ist vor allem mein Lieblings-Hub hier überhaupt. Da gibt es nämlich hier das Bad der ruhigen Träume und da gibt es ebenfalls noch ein paar Quests, die ihr abschließen könntet. Alternativ bleiben euch immer noch die Welt-Quests. Diese können dann nach wie vor alle erledigen, wenn diese gerade zur Verfügung stehen, denn damit könnt ihr auch ganz gut leveln. Das letzte Level und zwar 69 bis 70. Ihr braucht in etwa ein bis zwei Balken hier unten noch, dann geht es sich locker flockiger aus. Das machen wir nämlich nicht mit Quests, sondern über die Berufe. Die wurden ja mit Dragonflight verändert und die First-Crafts, also immer wenn man zum ersten Mal einen Gegenstand herstellt, dann kriegt man nicht nur einen Skill-Bunk, sondern kriegt auch massiv Erfahrung. Das wurde zwar genervt, denn vorher konnte man damit von 68 bis 70 leveln. Jetzt geht es sich leider nur noch von 69 bis 70 aus. Was ihr dazu braucht, sind einfach zwei Herstellungsberufe, also nicht Kräuterkunde oder Bergbau. Da kriegt ihr ja die EP einfach fürs abbauen selber. Solltet ihr diese Berufe schon haben, dann müsst ihr euch überlegen, ob es euch das wert ist. Ansonsten müsst ihr es voll questen. In meinem Fall, der DK hat hier einfach irgendwelche Berufe. Man kann hier einfach jederzeit hergehen und diese Berufe einfach verlernen. Und wenn ihr sie verlernt habt, dann könnt ihr jederzeit andere Berufe lernen und da müsst ihr selber entscheiden, wie es für euch am billigsten ist. Meiner Ansicht nach ist Schneiderei als auch Verzauberungskunst die zwei billigsten Berufe, da Stoffe am zugänglichsten sind und auch für jeden Spieler droppen. So könnt ihr hier über die Schneiderei sehr leicht die First-Crafts herstellen und das gleiche gilt auch für Verzauberungskunst, wenn ihr das denn noch braucht. Denn im späteren Verlauf wird es ja immer ein bisschen teurer und dann könnte man einfach auf einen anderen Beruf wechseln und dort weitermachen. Ihr könnt auch zum Beispiel nur einen verlernen und dann hier ein paar von den First-Crafts herstellen und dann natürlich zum anderen wechseln, indem ihr den wieder verlernt. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar macht ihr einfach hier die Schneiderei auf und bei Schneiderei seht ihr hier immer erste Herstellung. Das zählt natürlich nur für Sachen, die tatsächlich hergestellt werden, nicht für sowas, wo man hier die Stoffe auftrennen würde. Und wenn ich das jetzt herstelle, dann sehen wir unten auf der EP-Leiste sind wir jetzt bei 20% und da es eine Erstherstellung ist, kriegen wir hier EP und haben damit 3% Erfahrung gemacht. Das Ganze machen wir jetzt mit dem Beruf einmal durch, also einfach weiter skillen, schauen dass ihr den Skill nach oben bringt und dementsprechend halt alle Sachen herstellt, die zum ersten Mal einen Skill geben. Woran erkenne ich das? Ich kann entweder hier auf Filter drücken und dann Ersterstellungsbonus einfach ein Häkchen setzen, dann sehen wir jetzt gerade kann ich in dem Falle nichts. Ich kann aber auch jederzeit einfach auf das Item selber drauf drücken, jetzt brauchen wir gerade noch einen Skillpunkt oder auch nicht. Dann können wir nämlich hier einfach wieder Sachen lernen gehen und wenn wir jetzt drauf drücken, dann sehen wir immer erste Herstellung steht dabei. Daran erkennen wir das immer und dann könnt ihr hier ein bisschen was einkaufen im Auktionshaus alternativ oder ihr habt schon selber auf einem anderen Charakter Sachen vorbereitet oder gefarmt, dann könnt ihr euch das natürlich auch ganz einfach schicken. Und damit sind wir bei unserer letzten Erstherstellung. Das hat jetzt insgesamt gekostet 2150 Gold. Also wirklich sehr sehr billig. In meinem Fall jetzt nur mit Schneiderei haben wir hier einmal alles durch hergestellt und damit haben wir unser letztes Level in gerade mal fünf Minuten abgeschlossen. Und für den letzten Part dieser Level Guide schauen wir uns hier noch einmal schön farblich markiert alle Gebiete an und welche sich dort am meisten lohnen, denn der ein oder andere, der mag das vielleicht nicht ganz so, dass er vorgegebene Routen durchlevelt. Deswegen kann man sich eventuell hier auch noch selber eine Route zusammenstellen und es gibt natürlich zahlreiche Gebiete in WoW, die relativ gut Erfahrung geben. Es gibt aber auch mehr als genug Gebiete, die sich einfach gar nicht lohnen aufgrund des Questaufbaus oder aufgrund der Reisezeit, die man immer hin und her ja abschließen muss, damit man irgendwo eine Quest wieder abschließen kann. Wenn wir hier als allererstes mal bei Kalimdor reinschauen, dann sehen wir relativ schnell, dass gerade das Burning Crusade Gebiet auf Seite der Allianz, also die Azur Mythos Insel bzw. Blut Mythos Insel eigentlich, sich absolut gar nicht lohnen. Auch wenn die Questdichte sehr hoch ist, so ist im späteren Verlauf der Laufweg als auch die Dropchance von den Questitems so niedrig, dass es irgendwann einfach nicht mehr rentabel ist, sich dort aufzuhalten. Das gleiche gilt unter anderem auch für Desolace, was meiner Meinung nach persönlich das vom Questaufbau her schlechteste Gebiet in ganz WoW ist. Es ist sehr karg, es gibt so gut wie keine Questhubs außer einmal in der Mitte ganz kurz. Da sind so wenige Quests und teilweise so aufwändige Quests, dass es einfach nicht lohnt sich dort überhaupt aufzuhalten. 1000 Nadelt hingegen würde ich jetzt auch nicht als sehr produktiv einschätzen. Warum? Weil der Anfang sehr schleppend ist, bis man überhaupt mal so weit kommt, dass es sich irgendwo in einer Art und Weise rentiert und dafür ganz zum Ende hin wird es sehr viel Erfahrung abwerfen. Wenn ich aber in der Zeit einfach woanders leveln würde, würde das ein bisschen anders aussehen. Definitiv meine Favoriten ansonsten noch sind Steinkrallengebirge auf Seite der Horde, Teufelswald für Horde und Allianz, Dunkelküste für die Allianz, Winterquell für beide, Hjal für beide und Düstermarschen ebenfalls für beide Fraktionen. Höstliche Königreiche sieht es eigentlich ähnlich gut aus, außer dass Vashir logischerweise nicht sehr effektiv ist. Der Anfang geht, aber im späteren Verlauf von Vashir muss man so viel rumreisen, dass es sich einfach irgendwo nicht mehr lohnt. Geisterlande, genau das gleiche wie auch bei der Blutmythos Insel. Es ist vom Questaufbau leider noch zum Stand von Burning Crusade unterwegs, das heißt es gibt kaum Rares die EP geben, es gibt kaum Schätze die EP geben und es gibt auch keinerlei Bonus Ziele und Co. die sich dort lohnen und allein der Reiseweg zwischen den einzelnen Quests ist sehr hoch. Es gibt auch immer noch zwei Elite-Quests dort, die immer noch sehr schwierig alleine abschließbar sind. Ansonsten hat Östliche Königreiche eigentlich sehr sehr effektive Gebiete auch hier, ich würde euch unbedingt mal nahe legen in Sümpfe des Elends zu questen. Sehr cool aufgebaut Ödland das gleiche, Sengende Schlucht ebenfalls, Brennende Steppe seit Kataklysmus auch sehr gut und das Schattenhochland, das ist definitiv einer meiner Favoriten immer noch aus Kataklysm. Wenn wir weiter schauen in die Scherbenwelt, da gibt es eigentlich nur zwei nennenswerte Gebiete, die sich vom Questflow wirklich lohnen und das ist Zangermarschen. Zangermarschen ist sogar unglaublich schnell, allerdings ist es so abgelegen dass die Reisezeit halt meistens dagegen spricht, weil wenn ich sage in Zangermarschen komme ich halt nicht von 10 bis 60, sondern ich muss dann woanders hin und das kostet mich dann immer wieder sehr viel Zeit. Das gleiche gilt dann natürlich auch für Nagrand. Das wären die einzigen zwei Zonen, die sich hier lohnen. Schattenmontal lohnt sich absolut gar nicht, gleich wie auch Netersturm. Für Netersturm sollte ich nämlich, damit es effektiv wäre, erst in Schatrat die Quest machen und allein die Quest, wo man da diese Stadtführung macht, die dauert knapp acht Minuten reines RP Event, bis man die abgeschlossen hat und erst dann wird es in Netersturm halt für die Aldo oder die Sia die Questreihe geben und Höllen für Halbinsel Schergrad hat einfach bei vielen Quests viel zu lowe Droprates und es hat immer den Nachteil, dass man manche Quests abgeschlossen haben muss, damit man zu denen kommt, die wirklich rentabel sind. Nordend auch kein allzu großer Fan, schon das Saarbecken, Drachenöde und Boreanische Tundra sind sehr angenehm, Drachenöde auch hier eins der Gebiete, das sogar ingame eine der höchsten Erfahrungsquellen überhaupt hat pro Stunde, aber alles in allem, ich bin einfach kein Fan davon, das irgendwo in der Route einzubauen, weil wieder der Reiseweg ein bisschen abgelegen ist, dass man sich am ehesten mehrere Ruhesteine organisieren muss, wie zum Beispiel Dalar dann Intro und Koop schließen, damit man mehrere Teleportmöglichkeiten hat, um wieder weg zu kommen, gerade zwischen den Level-Ups von 10, 20, 30, 40, wo man halt permanent die Reitenskills abholen möchte. Kristallsangwald hat so gut wie keine Quests und Eiskrone ist mit das schlimmste sein der Gebiet in ganz WoW. Der Anfang geht ganz gut klar, zum Ende hin wird es aber ziemlich, ziemlich anstrengend oder eigentlich auch schon zur Mitte hin, weswegen es zum Quest eigentlich gar nicht zu empfehlen ist. Grizzlyhügel, Zuldrak, Sturmgipfel, also heulender Fjord sind alle so okay-isch, aber nix, wo du jetzt sagst, da willst du unbedingt hin, rein erfahrungstechnisch, um einen Char nach oben zu ziehen. Miss of Bondaria auch ganz passabel, Jardewald, Kunlai-Gipfel, Teil der Viehwinde, allesamt sehr, sehr gut aufgebaut, sehr guter Questflow, man kann tatsächlich hier von 10 bis 60 leveln, das heißt es geht sich definitiv aus, alternativ könnte man noch Krasaran und Tonlong Steppe questen, da wird es aber ein bisschen ziehen da zum Ende hin und Schreckenshöhe ist das Problem, dass man überhaupt erst vorankommt, wenn man denn die ganzen Klaxi freigeschalten hat, was sehr viel ja Vorarbeit erfordert, damit man dort überhaupt recht gut vorankommt dann. Warlords of Draenor wäre auf jeden Fall noch nennenswert, denn Frostfeuergrat, Gorgrond, Schattenmontal und Spitzen von Arak sind allesamt super Questgebiete, die ich nur empfehlen kann, wenn ihr mal einen Char nach oben ziehen möchtet, dann geht es über schnell voran, gerade Gorgrond und Spitzen von Arak werden in ziemlich, ziemlich vielen Speedruns mit eingebaut, einfach weil die Erfahrung, die man dort kriegt, plus manche Gimmicks, wie zum Beispiel in Spitzen von Arak gibt es Items, die man den Erfahrungs-Buff, also die erholte Leiste wieder refreshen und damit halt quasi für einen Balken nochmal mehr Erfahrung gewähren, davon gibt es mehr Reitems und so weiter, deswegen wird er sehr oft dafür benutzt. Für Kultiras als auch für Zandala ganz okayische Questgebiete, allerdings kein allzu großer Fan, das gleiche gilt auch für Schattenlande, Schattenlande ist nur eigentlich nur mal Draxus, das sich so gut wie gar nicht lohnt, Adenwald und Revendreth lohnen sich definitiv sehr und Bastion ist auch ganz okay, aber das sind Questgebiete, die wahrscheinlich die meisten gerade erst vor kurzem mehr als genug noch gesehen haben, deswegen würde ich vorerst mal was anderes empfehlen. Und das sollte euch so einen kleinen Einblick gewähren, wie ihr euch diese Levelrouten am besten zusammenstellen könnt, unten in der Videobeschreibung findet ihr noch einen Imga-Link, dort sind meine selbstgemachten Karten alle verlinkt, dass ihr mir nochmal selber durchschauen könnt, welche Questgebiete ihr euch vielleicht gerade als nächstes aussuchen könntet. Ansonsten sage ich schon mal vielen lieben Dank fürs Anschauen von dieser Levelguide, war wieder mal sehr sehr viel Arbeit das Ganze Up-to-Date zu halten, aber ich hoffe natürlich, dass es euch hilft, beziehungsweise gefallen hat, wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, bin mal ab damit unten in die Kommentare, vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Netflix Folgen, alle Links bin mal unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein, ciao! Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!